Der Auftakt zur Sommschlacht Mitte April 1916 wurde ich nach Croisi, einem Städtchen hinter der Divisionsfront, zu einem Ausbildungskurs befohlen, den unser Divisionskommandeur, Generalmajor Sonntag, leitete. Dort wurde theoretischer und praktischer Unterricht in einer Reihe von militärischen Fächern erteilt. Besonders fesselnd waren die taktischen Ausritte unter dem Major von Jarotzki, einem kleinen, dicken Stabsoffizier, der sich im Dienst oft ungemein ereiferte. Wir nannten ihn den Selbstkocher. Häufige Ausflüge und Besichtigungen der meist aus dem Boden gestampften Einrichtungen des Hinterlandes gaben uns, die wir gewohnt waren, alles über die Achsel anzusehen, was sich hinter dem ersten Graben befand, einen Begriff von der unermesslichen Arbeit, die im Rücken der kämpfenden Truppe geleistet wird. So besuchten wir die Schlachterei, das Proviantdepot und die Geschützreparaturstelle in Boyel, die Segemühle und den Pionierpark im Walde von Bourlon, die Molkerei, die Schweinezüchterei und die Kadaververwertungsstelle in Anchis, den Flugpark und die Bäckerei in Quion. Sonntags fuhren wir in die naheliegenden Städte Cambrai, Douai und Valenciennes, um wieder mal Frauen mit Hüten zu sehen. Es wäre nicht nett von mir, wenn ich in diesem Buche, das so viel Blutiges bringt, ein Abenteuer verschweigen wollte, in dem ich eine etwas komische Rolle spielte. Damals, im Winter, als unser Bataillon beim König von Quion zu Gaste gewesen war, hatte ich zum ersten Mal als junger Offizier die Wache zu revidieren gehabt. Am Ortsausgange hatte ich mich verirrt und war, um nach dem Wege zu einer kleinen Bahnhofswache zu fragen, in ein winziges, alleinstehendes Häuschen getreten. Ich fand als einzigen Bewohner ein siebzehnjähriges Mädchen namens Jeanne vor, dessen Vater kurz vorher gestorben war und das nun allein dort wirtschaftete. Als es mir Auskunft gab, lachte es und meinte, als ich nach dem Grunde fragte, »Vous êtes bien jeune. Je voudrais avoir votre devenir.« Wegen des kriegerischen Geistes, der aus diesen Worten sprach, hatte ich ihm damals den Namen Jeanne d'Arc gegeben und hatte in der folgenden Zeit des Grabenkampfes manchmal an das einsame Häuschen zurückgedacht. An einem Abend in Croisier spürte ich plötzlich den Wunsch, einmal hinüberzureiten. Ich ließ satteln und hatte bald das Städtchen im Rücken. Es war ein Maiabend, wie geschaffen für einen solchen Ritt. Der Klee lag in schweren, dunkelroten Polstern auf den von Weißdornhecken gesäumten Wiesen und vor den Dorfeingängen brannten die Riesenkandelaber blühender Kastanienbäume in der Dämmerung. Ich ritt durch Bülkur und Ekust, ohne zu ahnen, dass ich zwei Jahre später inmitten einer gänzlich veränderten Landschaft gegen die schauerlichen Trümmer dieser Dörfer, die jetzt so friedlich zwischen Weihern und Hügeln im Abendlagen, zum Sturm vorgehen sollte. An der kleinen Station, die ich damals revidiert hatte, luden Zivilisten noch Gasflaschen aus. Ich begrüßte sie und sah ihnen zu. Dann tauchte bald das Häuschen mit seinem braunroten und von runden Moosflecken gesprenkelten Dache vor mir auf. Ich klopfte an die Läden, die schon geschlossen waren. Qui est là? Bonsoir, Jeanne d'Arc. Ah, bonsoir, mon petit officier Gibraltar. Ich wurde so freundlich aufgenommen, wie ich gehofft hatte. Nachdem ich mein Pferd angebunden hatte, trat ich ein und musste am Abendessen teilnehmen. Eier, Weißbrot und Butter, die appetitlich auf einem Kohlblatt lag. Unter solchen Umständen lässt man sich nicht lange einladen, sondern greift zu. So weit wäre alles sehr schön gewesen, wenn nicht nachher, als ich wieder ins Freie trat, eine Taschenlampe vor mir aufgeblitzt wäre und ein Feldgendarm mich nach meinen Personalien gefragt hätte. Mein Gespräch mit den Zivilisten, die Aufmerksamkeit, mit der ich die Gasflaschen betrachtet hatte, meine unbekannte Erscheinung in dieser schwach belegten Gegend, das alles hatte den Verdacht der Spionage erweckt. Natürlich hatte ich mein Soldbuch vergessen und musste mich vor den König von Quéon führen lassen, der wie gewöhnlich noch am runden Tische saß. Dort hatte man für solche Abenteuer Sinn. Ich wurde legitimiert und freundlich in die Gesellschaft aufgenommen. Diesmal erschien mir der König in anderem Licht. Es war schon spät und er erzählte von tropischen Urwäldern, in denen er lange den Bau einer Eisenbahn geleitet hatte. Am 16. Juni wurden wir vom General wieder zur Truppe entlassen, mit einer kleinen Ansprache, der wir entnahmen, dass sich ein feindlicher Großangriff an der Westfront vorbereitete, dessen linker Flügel ungefähr unserer Stellung gegenüberliegen sollte. Es war die Sommschlacht, die bereits ihre Schatten warf. Mit ihr sollte dieser erste und leichteste Abschnitt des Krieges beendet sein. Wir zogen nun gleichsam in einen neuen Krieg. Was wir bislang freilich ohne es zu ahnen erlebt hatten, war der Versuch gewesen, den Krieg durch Feldschlachten alten Stiles zu gewinnen und das Versanden dieses Versuches im Stellungskrieg. Nun stand uns die Materialschlacht mit ihrem riesenhaften Aufgebot bevor. Diese wiederum wurde gegen Ende des Jahres 1917 durch die mechanische Schlacht abgelöst, deren Bild jedoch nicht mehr zur vollen Entfaltung kam. Dass etwas in der Luft liegen musste, wurde uns auch nach der Rückkehr zum Regiment klar, denn die Kameraden erzählten von der zunehmenden Unruhe im Vorfelde. Die Engländer hatten zweimal, allerdings ohne Erfolg, eine Gewaltpatrouille gegen den Abschnitt C unternommen. Wir hatten uns durch einen schwer vorbereiteten Angriff von drei Offizierspatrouillen auf das sogenannte Grabendreieck gerecht und dabei Gefangene gemacht. Während meiner Abwesenheit war Wetje durch eine Schrapnellkugel am Arm verwundet worden, übernahm jedoch bald nach meiner Ankunft wieder die Führung der Kompanie. Mein Unterstand hatte sich inzwischen auch verändert, er war durch einen Treffer um die Hälfte kleiner geworden. Die Engländer hatten ihn bei der erwähnten Patrouille mit Handgranaten ausgeräuchert. Es war meinem Stellvertreter gelungen, sich durch das Lichtschachtfenster ins Freie zu zwängen, während sein Bursche gefallen war. Das verspritzte Blut war noch in großen braunen Flecken an den Brettern der Verschalung zu sehen. Am 20. Juni bekam ich den Auftrag, vorm feindlichen Graben zu lauschen, ob der Gegner mit Minierarbeiten beschäftigt wäre und kletterte mit dem Feenrich Wohlgemut, dem gefreiten Schmidt und dem Fusilier Patenfelder gegen Mitternacht über unseren eigenen, ziemlich hohen Drahtverhau. Wir gingen die erste Strecke gebückt vor und krochen dann nebeneinander über das dicht bewucherte Vorfeld weiter. Tertianer Erinnerungen aus Kalmai kamen mir ins Gedächtnis, als ich so auf dem Bauche durch betautes Gras und Distelgestrüpp rutschte, ängstlich bemüht, jedes Rascheln zu vermeiden, da sich 50 Schritt vor uns der englische Graben als schwarzer Strich aus dem Halbdunkel hob. Die Gabe eines entfernten Maschinengewehrs klatschte fast senkrecht um uns nieder, ab und zu fuhr eine Leuchtkugel hoch und warf ihr kaltes Licht auf den unwirtlichen Flecken Erde. Einmal ertönte hinter uns lebhaftes Rascheln, zwei Schatten huschten zwischen den Gräben dahin. Während wir uns bereit machten, auf sie loszustürzen, waren sie schon spurlos verschwunden. Gleich darauf verriet der Donner von zwei Handgranaten im englischen Graben, dass eigene Leute unseren Weg gekreuzt hatten. Langsam krochen wir weiter vor. Plötzlich krampfte sich die Hand des Fenrichs um meinen Arm. Achtung, rechts, ganz nah, leise, leise. Gleich darauf hörte ich zehn Schritt rechts von uns ein vielfaches Rauschen im Gras. Wir waren von der Richtung abgekommen und am englischen Draht entlang gekrochen. Wahrscheinlich hatte uns der Feind gehört und kam nun aus seinem Graben, um das Vorgelände zu untersuchen. Unvergesslich sind solche Augenblicke auf nächtlicher Schleiche. Auge und Ohr sind bis zum Äußersten gespannt. Das näherkommende Rauschen der fremden Füße im hohen Gras nimmt eine unheildrohende Stärke an. Der Atem geht stoßweise. Man muss sich zwingen, sein keuchendes Wehen zu dämpfen. Mit kleinem, metallischem Knacks springt die Sicherung der Pistole zurück. Ein Ton, der wie ein Messer durch die Nerven geht. Die Zähne knirschen auf der Zündschnur der Handgranate. Der Zusammenprall wird kurz und mörderisch sein. Man zittert unter zwei gewaltigen Gefühlen, der gesteigerten Aufregung des Jägers und der Angst des Wildes. Man ist eine Welt für sich, vollgesogen von der dunklen, entsetzlichen Stimmung, die über dem Wüstengelände lastet. Eine Reihe verschwommener Gestalten tauchte dicht neben uns auf, Flüstern wehte herüber. Wir wandten ihnen den Kopf zu. Ich hörte, wie der Bayer Patenfelder auf die Klinge seines Dolches biss. Sie kamen noch einige Schritte auf uns zu, fingen dann aber an, am Draht zu arbeiten, ohne uns bemerkt zu haben. Wir krochen ganz langsam, sie immer im Auge behaltend zurück. Der Tod, der schon in ragender Erwartung zwischen den Parteien gestanden hatte, entglitt missmutig. Nach einiger Zeit erhoben wir uns und gingen aufrecht weiter, bis wir wohlbehalten in unserem Abschnitt ankamen. Der gute Ausgang dieses Ausfluges begeisterte uns zu dem Gedanken, einen Gefangenen zu machen, und wir beschlossen, am nächsten Abend wieder loszugehen. Am Nachmittag hatte ich mich deshalb gerade zur Ruhe gelegt, als ich durch einen donnerartigen Krach in der Nähe meines Unterstandes hochgeschreckt wurde. Die Engländer schickten Kugelminen herüber, die trotz dem geringen Abschussgeräusch von solcher Schwere waren, dass ihre Splitter die baumdicken Verschalungspfehle glatt abschlugen. Fluchend kletterte ich von meinem Couché und begab mich in den Graben um, wenn ich drüben wieder einen der schwarzen Stielbälle seine bogenförmige Laufbahn antreten sah, mit dem Geschrei, Miene links zum nächsten Stollen zu sausen. Mit Minen aller Größen und Arten wurden wir in den nächsten Wochen so ausgiebig versorgt, dass es uns zur Gewohnheit wurde, bei unseren Gängen durch den Graben immer ein Auge in die Luft, das andere auf den nächsten Stolleneingang zu richten. In der Nacht schlich ich also wieder mit drei Begleitern zwischen den Gräben umher. Wir robbten auf den Fußspitzen und Ellenbogen bis dicht vor das englische Hindernis und verbargen uns dort hinter einzelstehenden Grasbüscheln. Nach einiger Zeit erschienen mehrere Engländer, die eine Rolle Draht schleppten. Sie blieben dicht vor uns stehen, setzten die Rolle ab, knipsten mit einer Drahtschere daran herum und unterhielten sich flüsternd. Wir schlängelten uns aneinander heran und führten im Hauchton eine hastige Unterhaltung. »Jetzt eine Handgranate dazwischen und dann auf ihn!« »Mensch, das sind vier Mann!« »Er hättet Böcksal wieder gestrichen voll!« »Quatsch doch nicht!« »Leise, leise!« Meine Warnung kam zu spät. Als ich hoch sah, krochen die Engländer gerade wie die Eidechsen unter ihren Draht und verschwanden im Graben. Nun wurde die Stimmung doch etwas schwül. Der Gedanke, gleich bringen sie ein Maschinengewehr in Stellung, verursachte mir einen Fadengeschmack im Mund. Auch die anderen hegten ähnliche Befürchtungen. Wir rutschten unter großem Waffengerassel auf dem Bauche zurück. Im englischen Graben wurde es lebhaft. Getrappel, Geflüster, hin- und herlaufen. Pssst, eine Leuchtkugel. Ringsum wurde es taghell, während wir uns bemühten, unsere Köpfe in den Grasbüscheln zu verstecken. Noch eine Leuchtkugel. Peinliche Momente. Man möchte in die Erde verschwinden und lieber an jedem anderen Ort sein, als zehn Meter vom feindlichen Posten stand. Noch eine. Peng, peng. Der unverkennbare, scharfe, betäubende Knall einiger aus nächster Entfernung abgefeuerter Gewehrschüsse. Oha, wir sind entdeckt. Wir ermunterten uns, ohne weitere Rücksicht, mit lauter Stimme den Lauf ums Leben zu wagen, sprangen auf und rasten in dem nun losprasselnden Feuer auf unsere Stellung zu. Nach einigen Sätzen stolperte ich und schlug in einen kleinen, ganz flachen Granatrichter, während die drei anderen mich für erledigt hielten und an mir vorbei hetzten. Ich presste mich fest an den Boden, zog Kopf und Beine ein und ließ die Geschosse durch das hohe Gras über mich hinwegfegen. Ebenso unangenehm waren die glühenden Magnesiumklumpen der herabfallenden Leuchtkugeln, die zum Teil dicht neben mir abbrannten und die ich mit der Mütze abzuwehren suchte. Allmählich wurde das Schießen schwächer und nach einer weiteren Viertelstunde verließ ich zunächst langsam, dann, so schnell mich Hände und Füße tragen wollten, meinen Zufluchtsort. Da inzwischen der Mond untergegangen war, verlor ich bald jede Übersicht und wusste weder, wo die englische noch wo die deutsche Seite sich befand. Nicht einmal die charakteristische Ruine der Monchimühle hob sich mehr vom Horizont ab. Zuweilen strich ein Geschoss von der einen oder anderen Seite mit beängstigender Schärfe über den Boden dahin. Ich legte mich endlich ins Gras und beschloss, die Morgendämmerung abzuwarten. Plötzlich ertönte dicht neben mir Gewisper. Ich machte mich wieder gefechtsbereit und gab als vorsichtiger Mann zunächst eine Reihe von Naturlauten ab, aus denen sich nicht erraten ließ, ob ich ein Deutscher oder ein Engländer wäre. Den ersten englischen Zuruf beschloss ich mit einer Handgranate zu bestätigen. Zu meiner Freude stellte sich jedoch heraus, dass ich meine Leute vor mir hatte, die gerade beim Abschnallen der Koppel waren, um meine Leiche darauf zurückzutragen. Wir saßen noch eine Weile in einem Trichter zusammen und freuten uns über unser glückliches Wiedersehen. Dann begaben wir uns in unseren Graben zurück, den wir nach dreistündiger Abwesenheit erreichten. Am Morgen hatte ich schon wieder um fünf Uhr Grabendienst. Im Abschnitt des ersten Zuges fand ich den Feldwebel Hock vor seinem Unterstand. Als ich mich wunderte, ihn zu so früher Stunde zu sehen, erzählte er mir, dass er beim Anstand auf eine große Ratte sei, die ihm durch ihr Knabbern und Rascheln den Nachtschlaf raube. Dabei betrachtete er angelegentlich seinen lächerlich kleinen Unterstand, den er Villa Leberecht Hühnchen, getauft hatte. Als wir so nebeneinander standen, hörten wir einen dumpfen Abschuss, der Indes nichts Besonderes zu bedeuten hatte. Hock, der am Tage vorher beinahe von einer großen Kugelmine erschlagen worden wäre und daher sehr ängstlich war, fuhr wie ein Blitz zum nächsten Stolleneingang, rutschte in seiner Hast die ersten fünfzehn Stufen sitzend hinunter und benutzte die letzten fünfzehn dazu, sich dreimal zu überschlagen. Ich stand oben am Eingang und vergaß vor Lachen, Miene und Stollen, als ich diese schmerzhafte Unterbrechung einer Rattenjagd von dem armen Opfer unter empfindsamem Reiben verschiedener Körperstellen und Einrenkungsversuchen an einem verstauchten Daumen beklagen hörte. Der Unglücksmensch gestand mir auch noch, dass er gestern Abend beim Abendbrot gesessen sei, als die Miene ihn aufschreckte. Erstlich sei sein ganzes Essen versandet gewesen und er außerdem schon dabei recht empfindlich die Treppe hinuntergefallen. Er war frisch aus der Heimat gekommen und hatte sich an unseren rauen Ton noch nicht gewöhnt. Nach diesem Zwischenspiel begab ich mich in meinen Unterstand, sollte indes auch heute nicht zum erquickenden Schlummer kommen. Vom frühen Morgen an wurde unser Graben in immer kürzeren Abständen mit Minen beworfen. Gegen Mittag wurde mir die Sache zu bunt. Ich machte mit einigen Leuten unseren landschen Minenwerfer fertig und nahm die feindlichen Gräben unter Feuer. Eine allerdings recht schwächliche Erwiderung der schweren Geschosse, mit denen wir reichlich behakt wurden. Schwitzend hockten wir auf dem, von der Junisonne heiß gebrannten Lehm einer kleinen Grabenmulde und schickten Mine auf Mine nach drüben. Da sich die Engländer durchaus nicht stören ließen, begab ich mich mit Wethje an den Fernsprecher, wo wir nach reiflicher Überlegung folgenden Notruf erschallen ließen. Helene spuckt in unseren Graben lauter dicke Brocken, wir brauchen Kartoffeln, große und kleine. Dieses Kauderwelsch pflegten wir anzuwenden, wenn Gefahr bestand, dass der Gegner mithörte. Es kam dann auch bald vom Oberleutnant Deichmann die tröstliche Antwort, dass sogleich der dicke Wachtmeister mit dem strammen Schnurrbart nebst einigen kleinen Jungen nach vorn kommen würde. Und gleich darauf sauste unsere erste Zwei-Zentner-Mine mit unerhörtem Krachen in den feindlichen Graben, gefolgt von einigen Gruppen der Feldartillerie, sodass wir für den Rest des Tages Ruhe hatten. Am nächsten Mittag begann jedoch der Tanz in bedeutend schärferer Weise. Beim ersten Schuss begab ich mich durch meinen unterirdischen Gang in den zweiten Graben und von dort in den Laufgraben, in dem wir unseren Minenwerfer aufgebaut hatten. Wir eröffneten das Feuer in der Weise, dass wir bei jeder ankommenden Kugelmine eine Landsmine abschossen. Nachdem wir ungefähr vierzig Minen gewechselt hatten, schien sich der feindliche Richtschütze auf uns persönlich einzuschießen. Bald schlugen einige Geschosse rechts, andere links neben uns ein, ohne unsere Tätigkeit unterbrechen zu können, bis eins gerade auf uns zusteuerte. Wir rissen im letzten Augenblick noch unsere Abzugsleine durch und liefen dann so schnell wie möglich fort. Gerade war ich in einen schlammigen, Draht durchzogenen Graben gelangt, als das Unding dicht hinter mir zerbarst. Der gewaltige Luftdruck warf mich über ein Bündel Stacheldraht in ein mit grünlichen Schlamm gefülltes Granatloch, während gleichzeitig ein Schauer harter Lehmklumpen auf mich herabprasselte. Halb betäubt und übel zugerichtet erhob ich mich. Hose und Stiefel waren durch den Stacheldraht zerrissen, Gesicht, Hände und Uniform mit zähem Lehm überkleistert und das Knie blutete aus einer langen Schramme. Ziemlich abgekämpft schlich ich durch den Graben in meinen Unterstand, um auszuruhen. Sonst hatten die Minen keinen großen Schaden angerichtet. Der Graben war an einigen Stellen zerstört, ein Priester-Minenwerfer zerschmettert und Villa Leberecht Hühnchen hatte durch einen Volltreffer den Rest bekommen. Der unglückliche Besitzer hatte schon unten im Stollen gesessen, sonst hätte er wohl bei dieser Gelegenheit seinen dritten Treppensturz vollführt. Den ganzen Nachmittag ging die Schießerei ununterbrochen weiter und wurde in den Abendstunden durch eine Unzahl zylindrischer Minen zum Trommelfeuer gesteigert. Wir nannten diese walzenförmigen Geschosse die Waschkorbminen, da es manchmal den Eindruck machte, als würden sie mit Körben vom Himmel geschüttet. Ihre Form vergegenwärtigt man sich am besten, wenn man an eine Nudelrolle mit zwei kurzen Handgriffen denkt. Sie wurden anscheinend aus besonderen, revolverartigen Gestellen abgefeuert und überschlugen sich unter schwerfälligem Rauschen in der Luft, aus einiger Entfernung wie lange Mettwürste anzusehen. Sie folgten so dicht aufeinander, dass ihre Einschläge an das Abbrennen eines Raketensatzes erinnerten. Während die Kugelminen etwas Zerstampfendes hatten, brachten sie eine mehr zerreißende Wirkung auf die Nerven hervor. Wir saßen voll gespannter Erwartung in den Stolleneingängen, bereit, jeden Ankömmling mit Gewehr und Handgranate zu begrüßen. Jedoch flaute das Schießen nach einer halben Stunde wieder ab. In der Nacht hatten wir noch zwei Feuerüberfälle zu bestehen, während deren unsere Posten unerschütterlich auf ihren Ständen Ausschau hielten. So wie das Feuer nachließ, bestrahlten zahlreich emporsteigende Leuchtkugeln, die aus den Stollen hervorstürzenden Verteidiger, und ein rasendes Feuer überzeugte den Feind, das noch Leben in unseren Gräben war. Trotz dem schweren Beschuss verloren wir nur einen Mann, den Fusilier Diersmann, dem durch eine auf seinen Schutzschild schlagende Mine der Schädel zerschmettert wurde. Ein anderer wurde am Rücken verwundet. Auch am Tage, der diese unruhige Nacht ablöste, bereiteten uns zahlreiche Feuerwirbel auf einen nahen Angriff vor. Unser Graben wurde während dieser Zeit kurz und klein geschossen und durch die zerschlagenen Hölzer der Verschalung fast ungangbar gemacht. Auch wurde eine Reihe von Unterständen eingedrückt. Der Abschnittskommandant schickte eine Meldekarte nach vorn. Abgefangener englischer Telefonbericht. Die Engländer beschreiben genau die Lücken in unserem Drahtverhau und fordern Stahlhelme an. Ob Stahlhelm, Deckwort für schwere Minen, ist noch nicht bekannt. Bereit sein. Wir beschlossen also, während der kommenden Nacht gut auf dem Posten zu sein und verabredeten, dass derjenige, der auf den Zuruf Hallo nicht seinen Namen riefe, sofort niedergeschossen werden solle. Jeder Offizier hatte seine Leuchtpistole mit einer roten Kugel geladen, um die Artillerie unverzüglich verständigen zu können. Die Nacht wurde wirklich noch toller als die vorige. Besonders ein Feuerüberfall um zwei Uhr fünfzehn übertraf alles Vorhergegangene. Rings um meinen Unterstand schlug ein Hagel schwerer Geschosse ein. Wir standen in voller Bewaffnung auf der Stollentreppe, während das Licht der kleinen Kerzenstümpfe sich glitzernd an den nassen, schimmligen Wänden spiegelte. Durch die Eingänge strömte blauer Qualm, Erde bröckelte von der Decke herab. Wumm! Donnerwetter! Streichholz! Streichholz! Alles fertig machen! Das Herz schlug bis zum Halse. Fliegende Hände lösten die Kapseln der Handgranaten. Das war die letzte! Raus! Als wir zum Ausgang stürzten, ging noch eine Mine mit verzögerter Zündung los und schleuderte uns durch ihren Luftdruck wieder zurück. Trotzdem waren, während noch die letzten Eisenvögel herunterrauschten, schon alle Postenstände von der Mannschaft besetzt. Ein Feuerwerk von Leuchtkugeln strahlte mittags helle auf das mit dichten Rauchschwaden behängte Vorgelände. Diese Augenblicke, in denen die volle Besatzung in höchster Spannung hinter der Brüstung stand, hatten etwas Zauberhaftes. Sie erinnerten an jene atemlose Sekunde vor einer entscheidenden Vorführung, während derer die Musik abbricht und die große Beleuchtung eingeschaltet wird. Während einiger Stunden dieser Nacht stand ich in den Eingang meines Unterstandes gelehnt, der gegen die Regel der Feindseite zugewendet war und sah hin und wieder auf die Uhr, um mir über den Beschuss Notizen zu machen. Ich beobachtete den Posten, einen älteren Mann und Familienvater, der über mir, vollkommen unbeweglich und zuweilen vom Blitzlicht einer Explosion beleuchtet, hinter seinem Gewehre stand. Als das Feuer schon verstummt war, erlitten wir noch einen Verlust. Der Fusilier Nienhüser fiel plötzlich von seinem Postenstand und rollte poltern die Stollentreppe herab, mitten in den Kreis seiner Kameraden, die unten bereit standen. Als sie den unheimlichen Ankömmling untersuchten, fanden sie eine kleine Wunde an der Stirn und eine blutende Öffnung über der rechten Brustwarze. Es blieb unklar, ob die Verwundung oder der je Sturz ihm den Tod brachte. Am Ende dieser Schreckensnacht wurden wir von der sechsten abgelöst. In der eigentümlichen Missstimmung, wie sie die Morgensonne nach durchwachten Nächten erzeugt, zogen wir durch die Laufgräben nach Monchie und von dort zu der vor den Waldrand von Adanfer geschobenen zweiten Stellung, die uns einen gewaltigen Ausblick auf das Vorspiel zur Sommsschlacht bot. Die Frontabschnitte links von uns waren in weiße und schwarze Rauchwolken gehüllt, turmhoch spritzte ein schwerer Einschlag neben dem anderen, darüber zuckten zu Hunderten die kurzen Blitze platzender Schrapnells. Nur die bunten Signale, die stummen Hilferufe zur Artillerie verrieten, dass in den Stellungen noch Leben war. Zum ersten Mal sah ich hier ein Feuer, das nur einem Naturschauspiel zu vergleichen war. Als wir am Abend endlich einmal ausschlafen wollten, bekamen wir Befehl, in Monchie schwere Minen zu verladen und mussten die ganze Nacht vergeblich auf einen stecken gebliebenen Wagen warten, während der Engländer mit Maschinengewehr-Steilfeuer und die Straße hinunterfegenden Schrapnells verschiedene, zum Glück erfolglose, Anschläge auf unser Leben unternahm. Besonders ärgerte uns ein Maschinengewehr-Kunstschütze, der seine Gabe so steil in die Luft schoss, dass sie, nur durch die Schwerkraft beschleunigt, senkrecht wieder herunterfiel. Es hatte daher gar keinen Sinn, hinter einer Mauer in Deckung zu gehen. In dieser Nacht gab uns der Gegner ein Beispiel seiner höchst sorgfältigen Beobachtung. In der zweiten Stellung, ungefähr 2000 Meter vom Feinde, hatte sich vor einem im Bau befindlichen Munitionsstollen ein Haufen Kreide aufgewölbt. Der Engländer zog daraus, den leider richtigen Schluss, dass dieser Hügel in der Nacht getarnt werden sollte und schoss eine Gruppe Schrapnells darauf ab, durch die er wirklich drei Mann schwer verwundete. Am Morgen wurde ich schon wieder durch den Befehl, meinen Zug zum Schanzen in den Abschnitt C zu führen, aus dem Schlaf geschreckt. Meine Gruppen wurden innerhalb der Sechsten Kompanie verteilt. Ich ging mit einigen Leuten zum Wald von Adanfer zurück, um sie beim Holzhauen anzustellen. Auf dem Rückweg zum Graben trat ich in meinen Unterstand, um dort ein halbes Stündchen auszuruhen, doch umsonst. Ich sollte in diesen Tagen keinen ungestörten Schlaf finden. Kaum hatte ich die Stiefel ausgezogen, als ich unsere Artillerie vom Waldrande her merkwürdig lebhaft feuern hörte. Gleichzeitig erschien mein Bursche Paulicke am Stolleneingang und schrie herunter Gasangriff. Ich riss die Gasmaske heraus, fuhr in die Stiefel, schnallte um, rannte nach draußen und sah dort, wie eine riesige Gaswolke in dichten, weißlichen Schwaden über Monschi hing und sich durch einen schwachen Wind getrieben auf den im Grunde liegenden Punkt 124 zuwälzte. Da mein Zug zum größten Teile vorn in Stellung lag und ein Angriff wahrscheinlich war, gab es kein langes Überlegen. Ich sprang über das Hindernis der zweiten Stellung, rannte vor und war bald mitten in der Gaswolke. Ein stechender Chlorgeruch belehrte mich, dass es sich hier nicht, wie ich zuerst gedacht hatte, um künstlichen Nebel, sondern wirklich um ein starkes Kampfgas handelte. Ich setzte also die Maske auf, riss sie aber gleich wieder herunter, da ich so schnell gelaufen war, dass ich durch den Einsatz nicht genügend Luft bekommen konnte. Auch waren die Augengläser im Nu beschlagen und vollkommen undurchsichtig. Das alles entsprach sehr wenig dem Unterricht über Gasangriffe, den ich selbst oft genug abgehalten hatte. Da ich Bruststiche verspürte, versuchte ich, die Wolke wenigstens so schnell wie möglich zu durchqueren. Vor dem Dorfrande musste ich noch einen Sperrfeuerriegel durchbrechen, dessen Einschläge von zahlreichen Schrabnellwolken überhöht, eine lange, regelmäßige Kette über die verödeten, sonst nie betretenden Felder zogen. Artilleriefeuer in derartig offenem Gelände, in dem man sich frei bewegen kann, hat weder dieselbe tatsächliche noch moralische Wirkung wie in Ortschaften oder Stellungen. So hatte ich im Nu die Feuerlinie hinter mich gelegt und befand mich in Monchie, das unter einem tollen Schrapnellhagel lag. Ein Schauer von Kugeln, Ausbläsern und Zündern zischte und fegte durch das Geäst der Obstbäume in den verwilderten Gärten oder klatschte gegen das Mauerwerk. In einem Unterstand der Gärten sah ich meine Kompaniekameraden Sievers und Vogelsitzen. Sie hatten ein loderndes Holzfeuer entzündet und beugten sich über die reinigende Flamme, um den Wirkungen des Chlors zu entgehen. Ich leistete ihnen bei dieser Beschäftigung Gesellschaft, bis das Feuer abgeflaut war und ging dann durch den Laufgraben sechs nach vorn. Im Schlendern sah ich mir die kleinen Tiere an, die durch das Chlor getötet reichlich auf der Grabensohle Lagen lagen und dachte dabei, gleich muss das Sperrfeuer wieder einsetzen und wenn du so weiter bummelst, dann sitzt du hier ohne Deckung wie die Maus in der Falle. Trotzdem gab ich mich meinem unverbesserlichen Fleck mal hin. Und wirklich begegnete es mir, dass ich nur noch fünfzig Meter vom Kompanieunterstand entfernt in einen neuen und wilderen Feuerüberfall geriet, in dem es völlig unmöglich schien, auch nur dieses kurze Grabenstück ungetroffen zu überwinden. Zum Glück sah ich dicht neben mir eine der Nischen, die für Meldegänger in die Wände der Laufgräben geschanzt waren. Drei Stollenrahmen, das war ja nicht viel, aber immerhin besser als nichts. So drückte ich mich denn hinein und ließ das Unwetter über mich ergehen. Ich schien mir gerade die windigste Ecke ausgesucht zu haben, leichte und schwere Kugelminen, Flaschenminen, Schrapnels, Ratscher, Granaten aller Art. Ich konnte gar nicht mehr unterscheiden, was da alles durcheinander schnurrte, brummte und krachte. Ich musste an meinen biederen Korporal im Walde von Lesipage denken und an seinen Schreckensruf Ja, was sind das denn für Dinger? Zuweilen wurde das Ohr durch einen einzigen von Flammenerscheinungen begleiteten höllischen Krach völlig betäubt. Dann erweckte wieder ein ununterbrochenes scharfes Zischen den Eindruck, dass hunderte von Pfundstücken mit unglaublicher Geschwindigkeit hintereinander hersausten. Zuweilen fuhr mit kurzem schwerem Stoß ein Blindgänger ein, das rings das Erdreich wackelte. Schrapnels platzten zu Dutzenden zierlich wie Knallbonbons, streuten ihre Kügelchen in dichter Wolke aus und die Hohlbläser fauchten hinter ihnen her. Wenn in der Nähe eine Granate einhieb, rasselte und rieselte der Dreck zu Boden, dazwischen zackten sich mit scharfem Einschlag die Splitter ein. Doch diese Geräusche sind leichter beschrieben als ausgestanden, Denn das Gefühl verbindet jeden Einzelton des schwirrenden Eisens mit der Idee des Todes. Und so hockte ich denn in meinem Erdloch die Hand vor den Augen, während an meiner Vorstellung alle Möglichkeiten des Getroffen Werdens vorüberzogen. Ich glaube, einen Vergleich gefunden zu haben, der das besondere Gefühl dieser Lage, in der ich, wie jeder andere Soldat dieses Krieges so oft gewesen bin, recht gut trifft. Man stelle sich vor, ganz fest an einen Pfahl gebunden und dabei von einem Kerl, der einen schweren Hammer schwingt, ständig bedroht zu sein. Bald ist der Hammer zum Schwung zurückgezogen, bald saust er vor, dass er fast den Schädel berührt, dann wieder trifft er den Pfahl, dass die Splitter fliegen. Genau dieser Lage entspricht das, was man deckungslos inmitten einer schweren Beschießung erlebt. Zum Glück hatte ich immer noch ein kleines Untergefühl der Zuversicht, jenes die Sache wird schon gut gehen, das man auch beim Spiel empfindet und das, wenn es auch keine Berechtigung hat, doch beruhigend wirkt. So nahm auch diese Beschießung ihr Ende und ich konnte meinen Weg nun mit größter Beschleunigung fortsetzen. Vorn waren alle Leute beschäftigt, dem so oft geübten Verhalten bei Gasangriff gemäß ihre Gewehre einzufetten, deren Läufe durch das Chlor vollkommen geschwärzt waren. Ein Feenrich zeigte mir wehmütig sein neues Porte P, das seinen silbernen Glanz eingebüßt und dafür ein grünlich-schwarzes Aussehen angenommen hatte. Da beim Gegner alles ruhig geblieben war, rückte ich mit meinen Gruppen wieder ab. In Monchi sahen wir vor dem Revier eine Menge von Gaskranken sitzen, die sich die Hände in die Seiten pressten, stöhnten und wirkten, während ihnen das Wasser aus den Augen lief. Die Sache war keineswegs harmlos, denn einige von ihnen starben wenige Tage darauf nach furchtbaren Schmerzen. Wir hatten einen Blasangriff von reinem Chlor auszuhalten gehabt, einem Kampfgas, das durch Ätzen und Verbrennen der Lunge wirkt. Von diesem Tage an beschloss ich, nie ohne Gasmaske auszugehen, denn bisher hatte ich oft in unglaublichem Leichtsinn die Maske im Unterstand gelassen, um in der Büchse wie in einer Butanisiertrommel Butterbrote mitzunehmen. Nun hatte mich der Augenschein belehrt. Auf dem Rückweg ging ich, um etwas zu kaufen, in die Kantine des zweiten Bataillons und fand dort den betrübten Kantinenjüngling inmitten eines Haufens zerschlagener Waren vor. Eine Granate war durch die Decke gefahren, im Laden krepiert und hatte seine Schätze in ein Gemisch von Marmelade, ausgelaufenen Konserven und grüner Seife verwandelt. Er hatte gerade mit preußischer Genauigkeit eine Verlustrechnung von 82 Mark und 58 Pfennig aufgestellt. Am Abend wurde mein Zug, der bisher abgezweigt in der zweiten Stellung gelegen hatte, der unsicheren Gefechtslage wegen in das Dorf vorgezogen, und bekam das Bergwerk als Unterkunft zugeteilt. Wir richteten uns die zahlreichen Nischen als Lagerplätze ein und zündeten ein riesiges Feuer an, dessen Rauch wir durch den Brunnenschacht abziehen ließen, sehr zum Ärger einiger Kompanieköche, die oben beim Aufwinden ihrer Wassereimer fast erstickten. Da wir einen kräftigen Grock empfangen hatten, setzten wir uns rings um das Feuer auf die Kreideblöcke, sangen, tranken und rauchten. Um Mitternacht ging im Gefechtsbogen von Monchi ein Höllenspektakel los. Dutzende von Alarmglocken bimmelten, Hunderte von Gewehren knallten und ununterbrochen stiegen grüne und weiße Leuchtkugeln hoch. Gleich darauf setzte unser Sperrfeuer ein, schwere Minen krachten und zogen Schweife von feurigen Funken hinter sich her. Überall, wo im Trümmergewirr eine Menschenseele hauste, erscholl der langgezogene Schrei Gas Angriff, Gas Angriff, Gas, Gas, Gas. Im Schein der Leuchtkugeln wälzte sich ein blendender Gasstrom, durch das schwarze Zinnenwerk des Gemäuers dahin. Da sich auch im Bergwerk starker Chlorgeruch bemerkbar machte, zündeten wir vor den Eingängen große Strohfeuer an, deren beizender Qualm uns fast aus unserem Zufluchtsort vertrieb und uns zwang die Luft durch Schwenken von Mänteln und Zeltbahnen zu reinigen. Am nächsten Morgen konnten wir im Dorf die Spuren bestaunen, die das Gas hinterlassen hatte. Ein großer Teil aller Pflanzen war verwelkt, Schnecken und Maulwürfe lagen tot umher und den in Monshi untergebrachten Pferden, der Meldereiter, lief das Wasser aus Maul und Augen. Die überall verstreuten Geschosse und Granatsplitter waren von einer schönen grünen Patina bereift. Selbst in Dushy hatte sich die Wolke noch bemerkbar gemacht. Die Zivilisten, denen die Sache unheimlich wurde, versammelten sich vor dem Quartier des Obersten von Oppen und verlangten Gasmasken. Sie wurden auf Lastautos gesetzt und in weiter zurückliegende Ortschaften gebracht. Die nächste Nacht verbrachten wir wieder im Bergwerk. Am Abend bekam ich Nachricht, dass um 4 Uhr 15 Kaffee empfangen werden solle, da ein englischer Überläufer ausgesagt habe, dass um 5 Uhr angegriffen würde. Wirklich, kaum hatten uns am Morgen die zurückkehrenden Kaffeeholer aus dem Schlaf gestört, als der uns nicht mehr fremde Ruf Gasangriff erscholl. Draußen lag ein süßlicher Geruch in der Luft. Wie wir später erfuhren, hatte man uns diesmal mit Fosgengas bedacht. Im Monschibogen tobte starkes Trommelfeuer, das jedoch bald abflaute. Ein erquickender Morgen folgte dieser unruhigen Stunde. Aus dem Laufgraben 6 trat der Leutnant Brecht auf die Dorfstraße, einen blutigen Verband um die Hand gewunden von einem Mann mit aufgepflanztem Seitengewehr und einem gefangenen Engländer begleitet. Brecht wurde im Stabsquartier West im Triumph empfangen und erzählte folgendes. Die Engländer hatten um 5 Uhr Gas und Rauchwolken abgeblasen und anschließend den Graben stark mit Minen betrommelt. Unsere Leute waren wie gewöhnlich noch im Feuer aus Deckung gesprungen und hatten dabei über 30 Verluste gehabt. Dann waren in Rauchwolken verborgen zwei starke englische Patrouillen erschienen, von denen eine in den Graben eingedrungen war und einen verwundeten Unteroffizier mitgenommen hatte. Die andere war schon vor dem Drahtverhaut zusammengeknallt worden. Ein einziger, der bereits das Hindernis überwunden hatte, wurde von Brecht, der vor dem Kriege ein Pflanzerleben in Amerika geführt hatte, an der Gurge gepackt und mit einem Come here you son of a bitch in Empfang genommen. Dieser Einzige wurde nun mit einem Glase Wein bewirtet und schaute mit halb erschrockenen, halb verwunderten Augen auf 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 eben noch menschenleere Dorfstraße, die jetzt von Essenholern, Krankenträgern, Meldegängern und Neugierigen wimmelte. Es war ein großer, ganz junger Mensch mit goldblonden Haaren und frischem Kindergesicht. Ein Jammer, solche Kerle totschießen zu müssen, dachte ich, als ich ihn sah. Bald traf ein langer Zug von Bahren am Verbandplatz ein. Auch von Monchi Süd kamen viele Verwundete, denn im Kompanieabschnitt E war dem Feinde ebenfalls ein kurzer Einbruch geglückt. Unter diesen Eindringlingen musste ein toller Bursche gewesen sein. Er war unbemerkt in den Graben gesprungen und hinter den Posten Ständen entlang gerannt, auf denen die Mannschaft das Vorgelände beobachtete. Der Reihe nach sprang er von hinten auf die durch die Gasmaske in der Sicht behinderten Verteidiger zu und kehrte, nachdem er eine Anzahl von ihnen durch Keulen oder Kolben Hiebe gefällt hatte, ebenso unbemerkt in die englische Linie zurück. Als der Graben aufgeräumt wurde, fand man acht Posten mit zerschmettertem Hinterschädel vor. Ungefähr fünfzig Tragen, auf denen stöhnende Menschen mit weißen, blut durchtränkten Verbänden Lagen, waren vor einigen Wellblechbögen aufgestellt, unter denen der Arzt mit aufgekrempelten Ärmeln seines Amtes waltete. Ein junges Kerlchen, dessen blaue Lippen als schlimmes Vorzeichen aus einem schneeweißen Gesicht leuchteten, stammelte, ich bin zu schwer, ich werde nicht wieder, ich muss sterben. Ein dicker Sanitätsunteroffizier sah ihn mitleidig an und murmelte verschiedene Male ein tröstendes Nun, nun, Kamerad. Obwohl der Engländer diesen kleinen Angriff, der unsere Kräfte zugunsten der Somm-Offensive binden sollte, durch zahlreiche Minenüberfälle und Gaswolken vorbereitet hatte, fiel ihm dabei nur ein, dazu verwundeter Gefangener in die Hand, während er zahlreiche Tote vor unserem Draht liegen ließ. Unsere Verluste waren allerdings auch beträchtlich. Das Regiment beklagte an diesem Vormittag über 40 Tote, darunter drei Offiziere und viele Verwundete. Am nächsten Nachmittag rückten wir endlich wieder für einige Tage nach unserem lieben Douchy ab. Noch am selben Abend feierten wir den glücklichen Verlauf der Aktion durch einige wohlverdiente Flaschen. Am ersten Juli hatten wir die traurige Aufgabe, einen Teil unserer Toten auf unserem Kirchhofe zu bestatten. Neununddreißig Holzsärge, auf deren ungehobelte Brettermann mit Bleistift die Namen geschrieben hatte, wurden nebeneinander in die Grube gesenkt. Der Pfarrer sprach über den Text, sie haben einen guten Kampf gekämpft und begann mit den Worten, Gibraltar, das ist euer Zeichen und fürwahr, ihr habt gestanden wie der Fels im brandenden Meer. Während dieser Tage lernte ich die Männer schätzen, mit denen zusammen ich noch zwei Kampfjahre verbringen sollte. Es handelte sich hier um ein Unternehmen des Engländers, das in den Heeresberichten kaum Erwähnung fand und das uns an einem Abschnitt beschäftigen sollte, der für den Großangriff nicht vorgesehen war. Dabei kam es für die Mannschaft eigentlich immer nur darauf an, wenige Schritte zu tun, nämlich jene kurze Spanne zu überwinden, die den Postenstand von den Stolleneingängen trennt. Diese Schritte aber waren während der Sekunde der höchsten Feuersteigerung zu tun, die den Angriff vorbereitete und die nur gefühlsmäßig zu erfassen ist. Die dunkle Welle, die in diesen Nächten häufig und ohne dass ein Befehl möglich gewesen wäre, durch das wütende Feuer hinter die Brustwehren flutete, blieb mir im Herzen als ein verborgenes Gleichnis menschlicher Zuverlässigkeit. Mit besonderer Stärke prägte sich meiner Erinnerung das Bild der aufgerissenen und noch dampfenden Stellung ein, wie ich sie kurz nach dem Angriff durchschritt. Die Tagesposten waren schon aufgezogen, aber die Gräben noch nicht aufgeräumt. Hier und dort waren die Postenstände mit Gefallenen bedeckt und zwischen ihnen gleichsam aus ihren Körpern hervorgewachsen stand die neue Ablösung am Gewehr. Der Anblick dieser Gruppen rief eine seltsame Erstarrung hervor, als er löschte für einen Augenblick der Unterschied von Leben und Tod. Am Abend des 3. Juli rückten wir wieder nach vorn. Es war verhältnismäßig ruhig, doch verrieten kleine Anzeichen, dass noch etwas in der Luft liegen musste. Bei der Mühle klopfte und hämmerte es leise und unaufhörlich, als ob man Metall bearbeitete. Oft fingen wir geheimnisvolle an einen englischen Pionieroffizier in vorderer Linie gerichtete Ferngespräche über Gasflaschen und Sprengungen auf. Vom Morgengrauen bis zum letzten Tagesschimmer riegelten englische Flugzeuge das Hinterland durch eine dichte Luftsperre ab. Die Grabenbeschießung war bedeutend stärker als sonst. Auch fand ein verdächtiger Zielwechsel statt, als ob neue Batterien sich eintasteten. Trotzdem wurden wir am 12. Juli abgelöst, ohne unangenehme Erlebnisse gehabt zu haben und blieben als Reserve in Monchie zurück. Am 13. Abends wurden unsere Unterstände in den Gärten durch ein 24 Zentimeter Schiffsgeschütz beschossen, dessen gewaltige Granaten in scharfer Flachbahn herangurgelten. Sie zerbarsten mit wahrhaft furchtbarem Knall. In der Nacht wurden wir durch lebhaftes Feuer und einen Gasangriff geweckt. Wir saßen im Unterstand mit aufgesetzter Gasmaske um den Ofen herum, bis auf Vogel, der seine Maske nicht finden konnte und in alle Winkel spähend hin und her lief, während einige schadenfrohe Gesellen, die er geschliffen hatte, einen immer stärkeren Gasgeruch meldeten. Schließlich gab ich ihm meine zweite Atempatrone und und er hockte eine Stunde lang hinter dem gewaltig qualmenden Ofen, hielt sich die Nase zu und sog an seinem Einsatz herum. An dem selben Tag verlor ich zwei Leute meines Zuges durch Verwundung im Dorf. Hasselmann Gewehrschuss durch den Arm, Maschmeyer Schrapnellkugel durch den Hals. Ein Angriff erfolgte in dieser Nacht nicht, trotzdem büßte das Regiment wiederum 25 Tote und viele Verwundete ein. Am 15 und 17 hatten wir zwei weitere Gasangriffe auszuhalten. Am 17 wurden wir abgelöst und erlitten in Dushi zwei schwere Beschießungen. Eine überraschte uns gerade während einer Offiziersbesprechung unter Major von Jarotzki in einem Obstgarten. Trotz der Gefahr war es sehr lächerlich zu sehen, wie die Gesellschaft auseinander spritzte, auf die Nase fiel, sich mit unglaublicher Hecken zwängte und blitzschnell in allen möglichen Deckungen verschwunden war. Eine Granate tötete im Garten meines Quartiers ein kleines Mädchen, das dort in einer Grube nach Abfällen stöberte. Am 20. Juli rückten wir in Stellung. Am 28. verabredete ich mich mit dem Fehnrich Wohlgemut und den gefreiten Bartels und Birkner zu einer Patrouille. Wir hatten kein anderes Ziel im Auge, als etwas zwischen den Drähten herum zu streichen und zu sehen, was uns das Niemandsland Neues brächte, denn die Stellung begann allmählich wieder langweilig zu werden. Am Nachmittag kam der mich ablösende Offizier der 6. Kompanie, Leutnant Brauns, zu Besuch in meinen Unterstand und brachte einen guten Burgunder mit. Gegen Mitternacht brachen wir die Sitzung ab. Ich nachdem ich mir einige trockene Handgranaten ausgesucht hatte, kletterte ich in bester Laune über den Draht und Brauns rief mir ein Hals- und Bauchschuss nach. Wir hatten uns in kurzer Zeit an das feindliche Hindernis herangepirscht. Dicht davor entdeckten wir im hohen Gras einen ziemlich starken, gut isolierten Draht. Ich hielt die Beobachtung für wichtig und beauftragte Wohlgemut, ein Stück davon abzuschneiden und mitzunehmen. Während er sich in Ermangelung eines anderen Instruments mit seiner Zigarrenschere darin abplagte, klirrte es gerade vor uns im Draht. Einige Engländer tauchten auf und begannen zu arbeiten, ohne unsere in das Gras gedrückten Gestalten wahrzunehmen. Der bösen Erfahrungen der vorigen Streife Eingedenk hauchte ich Wohlgemut, Handgranate dazwischen. Herr Leutnant, ich glaube, wir lassen Sie noch etwas arbeiten. Direkter Befehl, Fähnrich. Die Formel verfehlte auch in dieser Einöde nicht ihre mächtige Wirkung. Mit dem fatalen Gefühl eines Mannes, der sich auf ein ungewisses Abenteuer eingelassen hat, hörte ich neben mir das trockene Knistern der herausgerissenen Zündschnur und sah, wie Wohlgemut, um sich möglichst wenig zu zeigen, die Handgranate ganz flach über den Boden rollen ließ. Sie blieb im Gestrüpp beinahe zwischen den Engländern liegen, die nichts bemerkt zu haben schienen. Es vergingen einige Augenblicke höchster Spannung. Krach! Ein Blitz beleuchtete taumelnde Gestalten. Mit dem Angriffsschrei »You are prisoners« stürzten wir uns wie die Tiger in die weiße Wolke. Ein wüstes Spiel wickelte sich in Bruchteilen von Sekunden ab. Ich hielt meine Pistole mitten in ein Gesicht, das mir wie eine blasse Maske aus der Dunkelheit entgegen leuchtete. Ein Schatten schlug mit quäkendem Aufschrei rücklings ins Drahtverhau. Es war ein schrecklicher Schrei, etwa wie ihn der Mensch vielleicht nur findet, wenn ihm ein Gespenst entgegentritt. Links neben mir feuerte Wohlgemut seine Pistole ab, während Bartels in seiner Erregung blindlings eine Handgranate zwischen uns schleuderte. Beim ersten Schuss war mir das Magazin aus dem Pistolenkolben gesprungen. Ich stand schreiend vor einem Engländer, der sich entsetzt mit dem Rücken in den Stacheldraht presste und drückte immer wieder vergebens den Abzugsbügel zurück. Kein Schuss ertönte, es war wie in einem lähmenden Traum. Im Graben vor uns wurde es laut, Zurufe erschollen, ratternd setzte ein Maschinengewehr ein, wir sprangen zurück, noch einmal blieb ich in einem Trichter stehen und richtete die Pistole auf einen Schatten, der mir dicht auf den Fersen war. als ein Glück, denn es war Birkner, den ich schon längst zurück glaubte. Nun ging es in sausendem Lauf dem eigenen Graben zu. Vor unserem Draht pfiffen die Geschosse schon so, dass ich in einen wassergefüllten, drahtversponnenen Minentrichter springen musste. Auf schwingendem Stacheldraht über dem Wasserspiegel pendelnd, hörte ich die Geschosse wie einen gewaltigen Immenschwarm über mich des Trichters fegten. Nach einer halben Stunde, als ich das Feuer beruhigt hatte, arbeitete ich mich über unser Hindernis und sprang freudig begrüßt in den Graben hinein. Wohlgemut und Bartels waren schon da. Nach einer weiteren halben Stunde kam auch Birkner zurück. Alles freute sich über den glücklichen Ausgang und bedauerte nur, dass uns der ersehnte Gefangene auch diesmal entronnen war. Dass das Erlebnis an die Nerven gegangen war, merkte ich erst, als ich im Unterstande zähneklappernd auf einer Pritsche lag und trotz der Erschöpfung keinen Schlaf finden konnte. Ich hatte vielmehr ein Gefühl des höchsten und angespanntesten Wachseins, als ob irgendwo im Körper ununterbrochen eine kleine elektrische Klingel läutete. Am nächsten Morgen konnte ich kaum gehen, da sich über mein eines Knie, das schon mehrere historische Narben aufwies, ein langer Drahtriss zog und in dem anderen ein Splitterchen der von Bartels geschleuderten Handgranate steckte. Die kurzen Streifzüge, bei denen man das Herz fest in die Hand nehmen musste, waren ein gutes Mittel, den Mut zu stehlen und die Eintönigkeit des Grabendaseins zu unterbrechen. Der Soldat darf sich vor allem nicht langweilen. Am 11. August trieb sich vor dem Dorfe Berle au Bois ein schwarzes Reitpferd herum, das von einem Landwehrmann mit Dreischuss zur Strecke gebracht wurde. Der englische Offizier, dem es entlaufen war, wird bei diesem Anblick wohl kein sehr vergnügtes Gesicht gemacht haben. In der Nacht flog dem Fusilier Schulz der Mantel eines Infanterie Geschosses ins Auge. Auch in Monchi musste zu, da die durch Artilleriefeuer rasierten Mauern immer weniger Schutz vor den ins Blinde gesandten Gaben der Maschinengewehre boten. Wir begannen, das Dorf mit Gräben zu durchziehen und führten an den gefährlichsten Stellen neue Mauern auf. In den verwilderten Gärten waren die Beeren gereift und sie schmeckten umso süßer, als man sich nur beim Schwirren der verirrten Geschosse an 12. August war der lang ersehnte Tag, an dem ich zum zweiten Male während des Krieges auf Urlaub fahren konnte. Kaum war ich jedoch zu Hause wieder etwas warm geworden, als mir ein Telegramm nachgeflogen kam. Sofort zurückkommen, näheres erfragen bei Ortskommandantur Combray. Drei Stunden später saß ich im Zug. Auf dem Wege zum Bahnhof schlenderten drei Mädchen in hellen Kleidern an Schläger unter dem Arm, ein strahlender Abschiedsgruß des Lebens, dessen ich mich draußen noch lang erinnerte. Am 21. war ich wieder in der bekannten Gegend, deren Straßen infolge des Abmarsches der 111. und des Zuzuges einer neuen Division von Truppen wimmelten. Das erste Bataillon lag in dem Dorfe Écouste Saint-Main, dessen Trümmer wir zwei Jahre später im Sturm wieder Paulicke, dessen Tage nun auch gezählt waren, begrüßte mich. Er berichtete mir, dass die jungen Leute aus meinem Zuge sich wohl schon ein Dutzend Mal erkundigt hätten, ob ich denn noch nicht zurückgekommen sei. Diese Nachricht ergriff mich lebhaft und erfüllte mich mit Kraft. Ich merkte aus ihr, dass ich in den heißen Tagen, die uns bevorstanden, nicht nur von Amtswegen auf Gefolgschaft zählen durfte, sondern dass ich auch ein persönliches Guthaben besaß. Ich war für die Nacht mit acht anderen Offizieren auf dem Dachboden eines leerstehenden Hauses untergebracht. Am Abend saßen wir noch lange wach und tranken in Ermangelung von etwas Stärkerem den Kaffee, den uns zwei Französinnen im Nebenhause bereiteten. Wir wussten, dass es diesmal in eine Schlacht gehen sollte, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte. Wir waren nicht weniger angriffslustig als die Truppen, die vor zwei Jahren die Grenze überschritten hatten, aber gefährlicher als sie, weil im Kampfe erfahrener. Wir waren dabei in der besten, heitersten Laune und Worte wie Ausweichen waren uns unbekannt. Wer die Teilnehmer dieser fröhlichen Runde sah, der musste sich sagen, dass Stellungen, die ihnen anvertraut waren, erst verloren gehen konnten, wenn der letzte Verteidiger gefallen war. So sollte es denn auch geschehen. Guillaumont Am 23. August 1916 wurden wir in Lastautos verladen und fuhren bis Le Misnil. Obgleich wir bereits erfahren hatten, dass wir im sagenhaften Brennpunkt der Somme-Schlacht, dem Dorfe Guillemont eingesetzt werden sollten, war die Stimmung vorzüglich. Scherzworte flogen unter allgemeinem Gelächter von einem Auto zum anderen. Während eines Haltes quetschte sich ein Fahrer beim Anwerfen seines Wagens den Daumen in zwei. Der Anblick dieser Wunde bereitete mir, der solchen Dingen gegenüber immer empfindlich gewesen war, fast Übelkeit. Ich erwähne das, weil es umso merkwürdiger ist, als ich in den nächsten Tagen den Anblick schwerer Verstümmelungen zu ertragen imstande war. Das ist ein Beispiel dafür, dass im Leben der Sinn des Ganzen die Eindrücke bestimmt. Von Le Mesniel marschierten wir nach Einbruch der Dunkelheit bis Saïe Salisselle, wo das Bataillon auf einer großen Wiese die Torniste ablegte und Sturmgepäck fertig machte. Vor uns rollte und donnerte ein Artilleriefeuer von nie geahnter Stärke. Tausend zuckende Blitze hüllten den westlichen Horizont in ein Flammenmeer. Fortwährend schleppten sich Verwundete mit bleichen eingefallenen Gesichtern zurück, oft je von vorüberrasselnden Geschützen oder Munitionskolonnen in den Straßengraben gedrückt. Ein Gefechtsläufer aus einem württembergischen Regiment meldete sich bei mir, um meinen Zug in das berühmte Städtchen Comble zu führen, wo wir vorläufig in Reserve bleiben sollten. Es war der erste deutsche Soldat, den ich im Stahlhelm sah, und er erschien mir sogleich als der Bewohner einer fremden und härteren Welt. Neben ihm im Straßengraben sitzend, fragte ich ihn begierig nach den Verhältnissen in Stellung aus und vernahm eine eintönige Erzählung von tagelangem Hocken in Granattrichtern ohne Verbindungen und Annäherungswege von unaufhörlichen Angriffen von Leichenfeldern und wahnsinnigem Durst vom Verschmachten Verwundeter und anderem Meer. Das vom stehlernden Helmrand umrahmte unbewegliche Gesicht und die eintönige vom Lärm der Front begleitete Stimme machten einen gespenstischen Eindruck auf uns. Wenige Tage hatten diesem Boten, der uns in das Reich der Flammen geleiten sollte, einen Stempel aufgeprägt, der ihn auf eine unaussprechliche Weise von uns zu unterscheiden schien. Wer fällt, bleibt liegen, da kann keiner helfen. Niemand weiß, ob er lebend zurückkommt. Jeden Tag wird angegriffen, doch durchkommen sie nicht. Jeder weiß, dass es auf Tod und Leben geht. Nichts war in dieser Stimme zurückgeblieben als ein großer Gleichmut, sie war vom Feuer ausgeglüht. Mit solchen Männern kann man kämpfen. Wir marschierten auf einer breiten Straße, die sich im Mondschein wie ein weißes Band über das dunkle Gelände spannte, dem Kanonendonner entgegen, dessen verschlingendes Gebrüll immer unermesslicher wurde. Lasst jede Hoffnung hinter euch. Was dieser Landschaft ein besonders finsteres Gesicht verlieh, war der Umstand, dass alle ihre Straßen wie ein helles Geäder im Mondlicht offen lagen und dass auf ihnen kein lebendes Wesen zu sehen war. Wir schritten wie auf den schimmernden Wegen eines mitternächtlichen Friedhofes dahin. Bald schlugen die ersten Granaten rechts und links von unserem Wege ein. Die Unterhaltung wurde leiser und verstummte zuletzt ganz. Jeder lauschte dem gezogenen Heranheulen der Geschosse mit jener seltsamen Spannung, die dem Ohr eine äußerste Schärfe verleiht. Besonders das Durchschreiten von Frigicourt Ferme, einer kleinen Häusergruppe vor dem Friedhof von Comble, stellte eine erste Probe an uns. Dort war der Sack, der um Comble gezogen war, bereits am engsten zugeschnürt. Jeder, der die Stadt betreten oder verlassen wollte, musste hier, hindurch. Daher war ein ununterbrochenes schwerstes Feuer gleich den Strahlen eines Brennglases auf diese Lebensader zusammengefasst. Der Führer hatte uns schon auf diesen berüchtigten Engpass vorbereitet. Wir liefen im Eilschritt hindurch, während die Trümmer prasselten. Über den Ruinen lag, wie über allen gefährlichen Zonen dieses Gebietes, ein dicker Leichengeruch, denn das Feuer war so stark, dass ich um die Gefallenen niemand kümmerte. Man rannte durchaus auf Leben und Tod, und als ich diesen Dunst im Laufen verspürte, war ich kaum überrascht. Er gehörte zum Ort. Übrigens war dieser schwere und süßliche Hauch nicht lediglich widerwärtig. Er rief darüber hinaus, eng mit den stechenden Nebeln des Sprengstoffes vermischt, eine fast hellseherische Erregung hervor, wie sie nur die höchste Nähe des Todes zu erzeugen vermag. Ich machte hier und während des ganzen Krieges eigentlich nur in dieser Schlacht die Beobachtung, dass es eine Art des Grauens gibt, die fremdartig ist wie ein unerforschtes Land. So spürte ich in diesen Augenblicken keine Furcht, sondern eine hohe und fast dämonische Leichtigkeit, auch überraschende Anwandlungen eines Gelächters, das nicht zu bezähmen war. Comble war, soweit wir in der Dunkelheit beobachten konnten, nur noch als das Gerippe einer Siedlung anzusehen. Große Mengen von Holz zwischen den Trümmern und auf den Weg geschleudertes Hausgerät verrieten, dass die Zerstörung ganz jungen Datums war. Nach dem Übersteigen zahlreicher Schutthaufen, das durch eine Reihe von Schrapnells beschleunigt wurde, erreichten wir unser Quartier, ein großes, von Löchern durchsiebtes Haus, das sich mit drei Gruppen zum Wohnsitz erwählte, während meine beiden anderen Gruppen sich im Keller einer gegenüberliegenden Ruine einrichteten. Schon um vier Uhr wurden wir von unserem aus Bettstücken zusammengesuchten Lager geweckt, um Stahlhelme zu empfangen. Bei dieser Gelegenheit fanden wir in einer Kellernische einen Sack voll Kaffeebohnen, eine Entdeckung, der eine eifrige Mockersiederei folgte. Nachdem ich gefrühstückt hatte, sah ich mich etwas im Orte um. In wenigen Tagen hatte die Wirkung der schweren Artillerie ein friedliches Etappenstädtchen in ein Bild des Grauens verwandelt. Ganze Häuser waren durch einen Treffer niedergestampft oder mitten auseinandergerissen, sodass die Zimmer und ihre Einrichtung wie Theaterkulissen über dem Chaos schwebten. Aus manchen Ruinen drang Leichengeruch. Denn der erste jähe Feuerüberfall hatte auch die Einwohner völlig überrascht und viele von ihnen unter den Trümmern begraben, ehe sie noch aus den Häusern stürzen konnten. Vor einer Schwelle lag ein kleines Mädchen in einer roten Lache ausgestrickt. Ein stark beschossener Ort war der Platz vor der zerstörten Kirche gegenüber dem Eingang der Katakomben, eines uralten Höhlenganges mit eingesprengten Nischen, in denen zusammengedrängt fast sämtliche Stäbe der kämpfenden Truppen hausten. Es wurde erzählt, dass die Einwohner bei Beginn der Beschießung mit Hacken den vermauerten Zugang freigelegt hätten, der während der ganzen Besatzungszeit den Deutschen verheimlicht worden war. Die Straßen bestanden nur noch aus schmalen Trampelpfaden, die sich in Schlangenlinien durch und über gewaltige Hügel von Balken und Mauerwerk wandten. In den zerwühlten Gärten verkamen Gemüse und Obst. Nach dem Mittagessen, das wir uns in der Küche aus den im Überfluss vorhandenen eisernen Rationen gekocht hatten und das natürlich durch einen kräftigen Kaffee beschlossen wurde, legte ich mich oben in einen Lehnstuhl, um auszuruhen. Aus umherliegenden Briefen ersah ich, dass das Haus dem Brauereibesitzer Lesage gehörte. Im Zimmer standen aufgerissene Schränke und Kommoden, ein umgestürzter Waschtisch, eine Nähmaschine und ein Kinderwagen. An den Wänden hingen zerschlagene Bilder und Spiegel. Auf dem Boden waren in meterhoher Unordnung herausgerissene Schubladen, Wäsche, Korsetts, Bücher, Zeitungen, Nachttische, Scherben, Flaschen, Notenbücher, Stuhlbeine, Röcke, Mäntel, Lampen, Gardinen, Fensterläden, aus den Angeln gerissene Türen, Spitzen, Fotografien, Ölgemälde, Albums, zerschmetterte Kisten, Damenhüte, Blumentöpfe und Tapeten wirr ineinander verkneuelt. Durch die zersplitterten Fensterläden blickte man auf das von Granaten zerpflügte Viereck eines verödeten Platzes, den das Geäst zerfetzter Linden bedeckte. Dieses Gewirr von Eindrücken wurde noch verfinstert durch das unaufhörliche Artilleriefeuer, das rings um den Ort brandete. Ab und zu überbrüllte der riesenhafte Einschlag einer 38-Zentimeter-Granate den Lärm. Wolken von Splittern fegten dann durch Kornblatt, klatschten gegen die Zweige der Bäume oder schlugen auf die wenigen noch erhaltenen Dächer, sodass die Schiefertafeln herabrollten. Im Laufe des Nachmittags schwoll das Feuer zu solcher Stärke an, dass nur noch das Gefühl eines ungeheuren Getöses verblieb, in dem jedes Einzelgeräusch verschluckt wurde. Von sieben Uhr an wurden der Platz und die umliegenden Häuser in Abständen von halben Minuten mit 15-Zentimeter-Granaten beworfen. Es waren viele Blindgänger darunter, deren kurze, unangenehme Stöße das Haus bis in die Grundmauern erschütterten. Wir saßen während der ganzen Zeit in unserem Keller, auf seidenbezogenen Sesseln rund um den Tisch, den Kopf in die Hände gestützt und zählten die Zeit zwischen den Einschlägen. Die Witzworte wurden immer seltener und endlich verstummte auch der Verwegenste. Um acht Uhr brach das Nebenhaus nach zwei Volltreffern zusammen, der Einsturz blies eine mächtige Staubwolke hoch. Von neun bis zehn Uhr gewann das Feuer eine wahnwitzige Wucht. Die Erde wankte, der Himmel schien ein brodelnder Riesenkessel, Hunderte von schweren Batterien krachten um und in Kornbl, unzählige Granaten kreuzten sich heulend und fauchend über uns. Alles war in dichten Rauch gehüllt, der von bunten Leuchtkugeln unheil drohend bestrahlt wurde. Bei heftigen Kopf- und Ohrenschmerzen konnten wir uns nur noch durch abgerissene gebrüllte Worte verständigen. Die Fähigkeit des logischen Denkens und das Gefühl der Schwerkraft schienen aufgehoben. Man hatte das Empfinden des unentrinnbaren und unbedingt notwendigen wie einem Ausbruch der Elemente gegenüber. Ein Unteroffizier des dritten Zuges wurde tobsüchtig. Um zehn Uhr beruhigte sich diese Fastnacht der Hölle allmählich und ging in ein ruhiges Trommelfeuer über, in dem man allerdings den einzelnen Abschuss auch noch nicht wahrnehmen konnte. Um elf Uhr kam ein Läufer und brachte Befehl, die Gruppen auf den Kirchplatz zu führen. Wir vereinigten uns daraufhin mit den beiden anderen Zügen zum Abmarsch in Stellung. Um Verpflegung nach vorn zu bringen, war noch ein vierter Zug unter Führung des Leutnant Sievers ausgeschieden. Diese Leute umringten uns, während wir uns unter hastigen Zurufen an dem gefährlichen Ort sammelten und beluden uns mit Brot, Tabak und Büchsenfleisch. Sievers drängte mir ein Kochgeschirr voll Butter auf, drückte mir zum Abschied die Hand und wünschte uns viel Glück. Dann marschierten wir ab, in Reihe jeder hatte Befehl, sich unbedingt hinter seinem Vordermann zu halten. Gleich am Ortsausgang merkte unser Führer, dass er sich verirrt hatte. Wir waren gezwungen, bei starkem Schrapnellfeuer kehrt zu machen. Dann ging es meist im Laufschritt an einem als Leitfaden ausgelegten, in kleine Teile zerschossenen weißen Bande entlang über freies Feld. Oft mussten wir stehen bleiben, wenn der Führer die Richtung verloren hatte. Dabei war es zur Aufrechterhaltung der Verbindung verboten, sich hinzulegen. Trotzdem waren plötzlich der erste und dritte Zug verschwunden. Weiter. In einem heftig beschossenen Hohlweg stauten sich die Gruppen. Hinlegen. Ein ekelhaft aufdringlicher Geruch belehrte uns, dass dieser Durchgang schon viele Opfer gefordert hatte. Nach todbedrohtem Lauf gelangten wir in einen zweiten Hohlweg, der den Unterstand des Kampftruppen Kommandeurs barg, verrannten uns und machten im qualvollen Gedränge aufgeregter Menschen kehrt. Höchstens fünf Meter neben Vogel und mir schlug eine mittlere Granate mit dumpfem Krach auf die hintere Böschung und bewarf uns mit gewaltigen Erdklumpen, während Todesschauer über unseren Rücken glitten. Endlich fand der Führer durch den Merkpunkt einer auffälligen Leichengruppe wieder den Weg. Einer von diesen Gefallenen lag wie gekreuzigt auf dem Kreidehange. Welche Fantasie hätte einen Wegweiser erfinden können, der dieser Landschaft angemessener war? Weiter, weiter, Leute brachen im Laufen zusammen, von uns hart bedroht, damit sie die letzte Kraft aus ihren erschöpften Körpern herausholten. Verwundete schlugen mit unbeachtetem Hilfeschrei rechts und links in die Granatlöcher, weiter ging es, die Augen starr auf den Vordermann gerichtet, durch einen Knietiefen, von einer Kette riesiger Trichter gebildeten Graben, in dem ein Toter neben dem anderen lag. Widerstrebend trat der Fuß auf die weichen, nachgebenden Körper, deren Form die Finsternis dem Auge entzog. Auch der in den Weg stürzende Verwundete verfiel dem Schicksal unter die Stiefel der weiter hastenden getreten zu werden. Und immer dieser süßliche Geruch. Auch mein Gefechtsläufer, der kleine Schmidt, Begleiter auf mancher gefährlichen Streife, begann zu taumeln. Ich riss ihm das Gewehr aus der Hand, wogegen der gute Junge sich selbst in diesem Augenblick noch sträuben wollte. Endlich gelangten wir in die vordere Linie, die von eng in die Löcher gekauerten Leuten besetzt war, deren tonlose Stimmen vor Freude zitterten, als sie erfuhren, dass die Ablösung gekommen sei. Ein bayerischer Feldwebel übergab mir mit einigen Worten Abschnitt und Leuchtpistole. Mein Zugabschnitt bildete den rechten Flügel der Regimentsstellung und bestand aus einem flachen, moldenartig zertrommelten Hohlweg, der ein paar hundert Schritt links von Guillemont und etwas näher rechts vom Bois de Tron in das offene Gelände eingeschnitten war. Von der rechten Nachbartruppe, dem Infanterie Regiment 76, trennte uns ein 500 Schritt breiter unbesetzter Raum, in dem sich wegen des überaus heftigen Feuers niemand aufhalten konnte. Der bayerische Feldwebel war plötzlich verschwunden und ich stand ganz allein, meine Leuchtpistole in der Hand, mitten in dem unheimlichen Trichtergelände, das am Boden lagern der Nebelschwaden auf eine drohende und rätselhafte Weise verschleierten. Hinter mir ertönte ein gedämpftes, unangenehmes Geräusch, ich stellte mit merkwürdiger Sachlichkeit fest, dass es von einem riesenhaften, in Zersetzung übergehenden Leichnam herrührte. Da mir nicht einmal klar war, wo der Feind ungefähr liegen könnte, begab ich mich zu meinen Leuten und riet ihnen, sich auf das Äußerste gefasst zu machen. Wir blieben alle wach, ich verbrachte die Nacht mit Paulicke und meinen beiden Gefechtsläufern in einem Fuchsloch von vielleicht einem Kubikmeter Raum. Als der Morgen graute, entschleierte sich die fremde Umgebung allmählich den staunenden Augen. Der Hohlweg erschien nur noch als eine Reihe riesiger mit Uniformstücken, Waffen und toten gefüllter Trichter. Das umliegende Gelände war, soweit der Blick reichte, völlig von schweren Granaten umgewälzt. Nicht ein einziger armseliger Grashalm zeigte sich dem suchenden Blick. Der zerwühlte Kampfplatz war grauenhaft. Zwischen den lebenden Verteidigern lagen die Toten. Beim Ausgraben von Deckungslöchern bemerkten wir, dass sie in Lagen übereinander geschichtet waren. Eine Kompanie nach der anderen war, dicht gedrängt im Trommelfeuer ausharrend niedergemäht, dann waren die Leichen durch die von den Geschossen hochgeschleuderten Erdmassen verschüttet worden und die Ablösung war an den Platz der Gefallenen getreten. Nun war die Reihe an uns. Der Hohlweg und das Gelände dahinter war mit Deutschen, das Gelände davor mit Engländern bestreut. Aus den Böschungen starrten Arme, Beine und Köpfe, vor unseren Erdlöchern lagen abgerissene Gliedmaßen und Tote, über die man zum Teil, um dem steten Anblick der entstellten Gesichter zu entgehen, Mäntel oder Zeltbahnen geworfen hatte. Trotz der Hitze dachte niemand daran, die Körper mit Erde zu bedecken. Das Dorf Guillemont schien spurlos verschwunden zu sein, nur ein weißlicher Fleck im Trichterfelde deutete noch die Fläche an, auf welcher der Kreidestein der Häuser zu Staub zermahlen war. Vor uns lag der wie ein Kinderspielzeug zerknüllte Bahnhof, weiter hinten der in Späne zerrissene Wald von Delville. Kaum war der Tag hereingebrochen, als ich ein tiefliegender Engländer heranschraubte und uns gleich einem Aasvogel überkreiste, während wir in unsere Löcher flohen und uns dort zusammen kauerten. Das scharfe Auge des Beobachters musste uns trotzdem erspäht haben, denn bald erklangen von oben in kurzen Abständen langgezogene, dumpfe Sirenentöne. Sie glichen den Rufen eines Fabelwesens, das unbarmherzig über einer Wüste schwebt. Nach kurzer Zeit schien eine Batterie die Zeichen aufgenommen zu haben. Ein schweres Flachbahngeschoss nach dem anderen sauste mit unglaublicher Wucht heran. Wir hockten untätig in unseren Zufluchtsorten, ab und zu eine Zigarre anzündend und wieder fortwerfend, gewertig, jeden Augenblick verschüttet zu werden. Schmidts Rockärmel wurde durch einen großen Splitter aufgeschlitzt. Gleich beim dritten Schuss wurde der Bewohner des Erdloches neben uns durch einen ungeheuren Einschlag verschüttet. Wir gruben ihn sofort wieder aus. Trotzdem war er durch den Druck der Erdmassen zu Tode erschöpft, sein Gesicht eingefallen und einem Totenkopf ähnlich. Es war der gefreite Simon. Er war durch den Schaden klug geworden, denn wenn im Laufe des Tages Leute bei Fliegersicht sich außer Deckung bewegten, vernahm man seine scheltende Stimme und sah seine Faust aus einer Öffnung seines Zeltbahn verhangenen Fuchsloches drohen. Um drei Uhr nachmittags kamen meine Posten von links und gaben an, sich nicht mehr halten zu können, da ihre Löcher zusammengeschossen wären. Ich musste meine volle Befehlsgewalt aufbieten, um sie wieder an ihre Plätze zu bringen. Allerdings befand ich mich am gefährlichsten Ort und dort genießt man die höchste Autorität. Kurz vor zehn Uhr abends setzte am linken Flügel des Regiments ein Feuersturm ein, der nach zwanzig Minuten auch auf uns übergriff. Bald waren wir völlig in Rauch und Staub gehüllt, doch lagen die meisten Einschläge dicht vor oder hinter dem Graben, wenn man unserer zusammengewalzten Mulde diesen Namen zubilligen will. Während des uns umbrausenden Orkans ging ich den Abschnitt meines Zuges ab. Die Männer hatten die Bayonette aufgepflanzt, sie standen in steinernder Unbeweglichkeit, das Gewehr in der Hand, am vorderen Hange des Hohlwegs und starrten in das Vorgelände. Ab und zu, beim Schein eine Leuchtkugel, sah ich Stahlhelm an Stahlhelm, Klinge an Klinge blinken und wurde von einem Gefühl der Unverletzbarkeit erfüllt. Wir konnten zermalmt, aber nicht besiegt werden. Im linken Nachbarzuge wollte der Feldwebel Hock, der unglückliche Rattenfänger von Mon Chez, eine weiße Leuchtkugel abschießen, vergriff sich indes und ein rotes Sperrfeuersignal zischte, von allen Seiten weitergegeben gen Himmel. Im Nu setzte unsere Artillerie ein, dass es eine Freude war. Eine Mörsergranate neben der anderen kam hoch aus den Lüften herabgeheult und zerschellte im Vorgelände zu Splittern und Funken. Ein Gemisch von Staub, stickigen Gasen und dem Dunsthauch aufgeschleuderter Leichen Braute aus den Trichtern. Nach dieser Orgie der Vernichtung flutete das Feuer wieder auf seinen gewöhnlichen Spiegel zurück. Der aufgeregte Griff eines Einzelnen hatte die gewaltige Kriegsmaschinerie ins Rollen gebracht. Hock war und blieb ein Unglücksmensch. Er schoss sich noch in derselben Nacht beim Laden seiner Pistole eine Leuchtkugel in den Stiefelschaft und musste mit schweren Brandwunden zurückgetragen werden. Am nächsten Tage regnete es stark, was uns nicht unlieb war, da das Gefühl der Trockenheit im Gaumen nach der Löschung des Staubes nicht mehr so quälend war und die großen blau-schwarzen Fliegen, die sich in riesigen Klumpen wie dunkle Sammetkissen an den sonnigen Stellen gesammelt hatten, vertrieben wurden. Ich saß fast den ganzen Tag vor meinem Fuchsloch auf dem Boden, rauchte und aß trotz der Umgebung mit gutem Appetit. Am nächsten Vormittag erhielt der Fusilier Knicke meines Zuges von irgendwoher einen Gewehrschuss durch die Brust, der auch das Rückenmark streifte, sodass er die Beine nicht mehr bewegen konnte. Als ich nach ihm sah, lag er gefasst in einem Erdloch, wie jemand, der seine Rechnung mit dem Tod gemacht hat. Er wurde am Abend durch das Artilleriefeuer geschleppt, wobei er, als seine Träger plötzlich Deckung nehmen mussten, noch einen Beinbruch erlitt. Er starb auf dem Verbandplatz. Am Nachmittag rief mich ein Mann meines Zuges und ließ mich über das abgerissene Bein eines Engländers zum Bahnhof Guillaumont visieren. Durch einen flachen Laufgraben eilten hunderte von Engländern nach vorn, ohne sich sonderlich um das schwache Gewehrfeuer zu kümmern, das ich sogleich auf sie richten ließ. Der Anblick war bezeichnend für die Ungleichheit der Mittel, mit denen wir kämpften. Hätten wir dasselbe gewagt, so wären unsere Abteilungen innerhalb weniger Minuten zusammengeschossen worden. Während sich auf unserer Seite auch nicht ein einziger Fesselballon blicken ließ, waren drüben gleich über dreißig zu einer großen, leuchtend gelben Traube zusammengeballt und beobachteten mit Argus-Augen jede Bewegung, die sich in dem zerstampften Gelände zeigte, um sofort einen Eisenhagel darauf zu lenken. Am Abend, als ich die Parole ausgab, schnurrte mir noch ein großer Granatsplitter gegen den Magen, der zum Glück ziemlich am Ende seiner Flugbahn war und nach einem kräftigen Schlag an mein Koppelschloss zu Boden fiel. Ich war davon so überrascht, dass mir erst die besorgten Zurufe meiner Begleiter, die mir ihre Feldflaschen anboten, die Gefahr vergegenwärtigten. Vor dem Abschnitt des ersten Zuges erschienen bei Einbruch der Dunkelheit zwei englische Essenholer, die sich verlaufen hatten. Sie näherten sich mit großer Gemütlichkeit. Der eine hielt ein rundes Essgefäß, der andere einen langen Kessel voll Tee in der Hand. Beide wurden auf kürzeste Entfernung niedergeschossen. Der eine schlug mit dem Oberkörper in den Hohlweg, während seine Beine auf der Böschung liegen blieben. Gefangene zu machen war in diesem Inferno kaum möglich, und wie hätte man sie durch die Sperrfeuerzone bringen sollen? Gegen ein Uhr nachts wurde ich von Schmidt aus wirrem Schlaf gerüttelt. Erregt fuhr ich hoch und griff zum Gewehr. Unsere Ablösung war gekommen. Wir übergaben, was zu übergeben war, und ließen so schnell wie möglich diesen Ort des Teufels hinter uns. Kaum hatten wir den flachen Laufgraben erreicht, als die erste Gruppe Schrapnells zwischen uns zündete. Eine Kugel durchschlug meinem Vordermann das Handgelenk, aus dem das Blut lebhaft hervorspritzte. Er begann zu taumeln und wollte sich auf die Seite legen. Ich packte ihn am Arm, riss ihn trotz seinem Stöhnen hoch und gab ihn erst beim Sanitätsunterstand neben dem Stollen des Kampftruppenkommandeurs ab. In beiden Hohlwegen ging es scharf her. Wir kamen stark außer Atem. Die schlimmste Ecke war ein Tal, in das wir gerieten und in dem ununterbrochen Schrapnells und leichte Granaten aufflammten. Puh, Puh, umkrachte uns der eiserne Wirbel, einen Funken Regen in die Dunkelheit sprühend. Hui, wieder eine Gruppe. Mir blieb der Atem aus, denn ich erkannte Bruchteile von Sekunden vorher, aus dem immer schärfer werdenden Heulen, dass der absteigende Ast der Geschossbahn unmittelbar bei mir enden musste. Gleich darauf wuchtete neben meiner Fußsohle ein schwerer Aufschlag, weiche Lehmfetzen hochschleudernd. Gerade diese Granate ging blind. Überall eilten ablösende und abgelöste Trupps durch Nacht und Feuer, zum Teil völlig verirrt, vor Aufregung und Erschöpfung stöhnend. Dazwischen erschollen Zurufe, Befehle und in eintöniger Wiederholung die langgezogenen Hilfeschreie im Trichtergelände verlorener Verwundeter. Ich gab Verirrten im Vorbeirasen Auskunft, zog Leute aus Granatlöchern, bedrohte andere, die sich hinlegen wollten, schrie dauernd meinen Namen, um alle zusammenzuhalten und brachte so meinen Zug wie durch ein Wunder nach Komble zurück. Wir mussten dann noch über Sailly und die Gouvernement fern zum Walde von Ennoir marschieren, in dem wir bivakieren sollten. Jetzt zeigte sich unsere Erschöpfung erst in vollem Maß. Den Kopf stumpfsinnig zu Boden gerichtet, schlichen wir, oft von Automobilen oder Munitionskolonnen an die Seite gedrückt unsere Straße entlang. In krankhafter Überreizung glaubte ich nicht anders, als dass die vorbeirasselnden Fahrzeuge nur uns zum Ärger so scharf am Wegrand fuhren und überraschte meine Hand mehr als einmal am Pistolenschaft. Nach dem Marsche mussten wir noch Zelte aufschlagen und konnten uns dann erst auf den harten Boden werfen. Während unseres Aufenthalts in diesem Waldlager gingen gewaltige Regengüsse nieder. Das Stroh in den Zelten begann zu faulen und viele erkrankten. Wir fünf Kompanieoffiziere ließen uns durch die Nässe wenig stören, sondern saßen abends auf unseren Koffern im Zelt hinter einigen dickbauchigen Flaschen beisammen, die man irgendwo aufgetrieben hatte. Rotwein in solchen Lagen ist An An einem dieser Abende stürmte die Garde im Gegenangriff das Dorf Morepa. Während die beiden Artillerien auf ausgedehnten Flächen gegeneinander wüteten, brach ein furchtbares Gewitter los, sodass wie in der homerischen Schlacht der Götter und Menschen der Aufruhr der Erde mit dem des Himmels wetteiferte. Drei Tage später rückten wir wieder nach Comble ab, wo ich mit meinem Zug vier kleinere Keller bezog. Diese Keller waren aus Kreideblöcken aufgeführt, schmal, lang und tonnenförmig gewölbt, sie versprachen Sicherheit. Sie schienen einem Winzer gehört zu haben, so wenigstens erklärte ich mir die Tatsache, dass sie mit kleinen in die Mauer gebrochenen Kaminen ausgestattet waren. Nachdem ich Posten ausgestellt hatte, streckten wir uns auf die zahlreichen Matratzen aus, die unsere Vorgänger hier zusammengetragen hatten. Am ersten Morgen war es verhältnismäßig ruhig. Ich machte daher einen kleinen Spaziergang durch die verwüsteten Gärten und plünderte mit köstlichen Pfirsichen behangene Spaliere. Auf meinen Irrgängen geriet ich in ein von hohen Hecken umschlossenes Haus, das ein Liebhaber schöner alter Dinge bewohnt haben musste. An den Wänden der Zimmer hingen eine Sammlung bemalter Teller, Weihwasserbecken, Kupferstiche und holzgeschnitzte heiligen Bilder. In großen Schränken stapelte altes Porzellan, zierliche Lederbände waren auf den Boden geschleudert, darunter eine köstliche alte Ausgabe des Don Quixote. Alle diese Schätze lagen dem Verderben Preis. Gern hätte ich mir ein Andenken mitgenommen, allein es ging mir wie Robinson mit dem Gold Klumpen. Diese Dinge waren hier nichts wert. So verkamen in einer Manufaktur große Ballen der herrlichsten Seidenstoffe, ohne dass sich jemand um sie kümmerte. Wenn man an den glühenden Riegel bei Frigicourt fern dachte, der diese Landschaft verschloss, verzichtete man gern auf jedes überflüssige Gepäck. Als ich meine Behausung erreichte, hatten die Leute von einem ähnlichen Erkundungszuge durch die Gärten zurückgekehrt, aus Fleischkonserven, Kartoffeln, Erbsen, Möhren, Artischocken und vielerlei Grünkram eine Suppe gebraut, in der der Löffel stehen blieb. Während des Essens schlug eine Granate ins Haus und drei in die Nähe, ohne uns weiter zu stören. Wir waren durch die Überfülle der Eindrücke schon zu sehr abgestumpft. In dem Hause musste sich Blutiges zugetragen haben, denn auf einem Schuttberg im Mittelzimmer erhob sich ein roh geschnitztes Kreuz mit einer Reihe ins Holz gegrabener Namen. Am nächsten Mittag holte ich mir aus dem Hause des Porzellansammlers einen Band der illustrierten Beilage des Petit Journal. Dann setzte ich mich in ein erhaltenes Zimmer, entzündete im Kamin aus Möbelstücken ein Feuerchen und begann zu lesen. Ich musste häufig den Kopf schütteln, denn mir waren die zur Zeit der Verschoder Affäre gedruckten Nummern in die Hände geraten. Während dieser Lektüre umkrachten in regelmäßigen Abständen die vier Einschläge unser Haus. Ungefähr um sieben Uhr hatte ich die letzte Seite umgeblättert und ging in den Vorraum vor dem Eingang des Kellers, wo die Männer an einem kleinen Herde das Abendessen stand ich zwischen ihnen, gab es vor der Haustür einen scharfen Knall und im selben Augenblick spürte ich einen starken Schlag gegen den linken Unterschenkel. Mit dem uralten Kriegerruf »Ich habe einen weg« sprang ich meine Scheckpfeife im Munde die Kellertreppe hinab. Rasch wurde ein Licht entzündet und der Fall untersucht. Ich ließ mir, wie stets in solchen Lagen zunächst Bericht erstatten, während ich an die Decke blickte, denn man selbst sieht nicht gern hin. In der Wickelgemasche klaffte ein gezacktes Loch, aus dem ein feiner Blutstrahl auf den Boden sprang. Auf der anderen Seite erhob sich der rundliche Wulst einer unter der Haut liegenden Schrapnellkugel. Die Diagnose war also einfach, ein typischer Heimatschuss, nicht die letzte Gelegenheit, sich ankratzen zu lassen, wenn man den Anschluss nach Deutschland nicht verpassen wollte. Der Treffer hatte etwas Ausgeklügeltes, denn das Schrapnell war jenseits der Ziegelmauer, die unseren Hof umschloss, auf dem Boden explodiert. In diese Mauer hatte eine Granate ein rundes Fenster gebrochen, vor dem ein Oleanderkübel stand. Meine Kugel war also erst durch das Granatloch, dann durch das Oleanderlaub geflogen, hatte den Hof und die Haustür durchquert und sich im Flur unter den vielen Beinen, die dort zusammen standen, das Meine ausgesucht. Nachdem mir die Kameraden einen flüchtigen Verband angelegt hatten, trugen sie mich über die beschossene Straße in die Katakomben und legten mich gleich auf den Operationstisch. Während mir der herbeigeeilte Leutnant Oberstabsarzt mit Messer und Schere die Schrapnellkugel heraus, wobei er mich beglückwünschte, denn das Blei war scharf zwischen Schienen und Wadenbein hindurchgefahren, ohne einen Knochen zu verletzen. Haben sua Vater libelli et bali, meinte der alte Korstudent, indem er mich einem Sanitäter zum Verbinden überließ. Während ich bis zum Einbruch der Dunkelheit auf einer Bahre in einer Nische der Katakomben lag, kamen zu meiner Freude viele meiner Leute, um Abschied von mir zu nehmen. Schweres stand ihnen bevor. Auch mein verehrter Oberst von Oppen besuchte mich für kurze Zeit. Am Abend wurde ich mit anderen Verwundeten an den Ortsausgang getragen und dort in einen Sanitätswagen geladen. Ohne auf das Geschrei der Insassen zu achten, raste der Fahrer auf der immer unter starkem Feuer liegenden Straße, über Trichter und andere Hindernisse hinweg und gab uns endlich an ein Auto weiter, das uns in der Kirche des Dorfes Fah ablieferte. Der Fahrzeugwechsel vollzog sich mitten in der Nacht bei einer einsamen Häusergruppe, in der ein Arzt die Verbände prüfte und über unser Verbleiben entschied. Halb im Fieber hatte ich den Eindruck eines noch jungen unglaublicher Behutsamkeit mit den Wunden beschäftigte. Die Kirche von Fah war mit Hunderten von Verwundeten belegt. Eine Krankenschwester erzählte mir, dass in den letzten Wochen mehr als 30.000 an diesem Ort verpflegt und verbunden worden seien. Vor solchen Zahlen kam ich mir mit meinem armseligen Beinschuss recht unbedeutend vor. Von Fah wurde ich mit vier anderen Offizieren in ein kleines Lazarett gebracht, das in einem Bürgerhause von Saint-Quentin eingerichtet war. Als wir ausgeladen wurden, zitterten alle Fensterscheiben der Stadt. Es war gerade um die Stunde, in der unter höchstem Aufgebot aller Artilleriekräfte die Engländer Guillemont eroberten. Als die Bahre neben mir aus dem Wagen gehoben wurde, hörte ich eine jener tonlosen Stimmen, die man nicht vergisst. Bitte gleich zum Arzt, ich bin sehr krank, ich habe eine Gasflegmone. Mit diesem Namen wurde eine furchtbare Form der Blutvergiftung bezeichnet, die zuweilen im Anschluss an Verwundungen das Leben zerstört. Ich wurde in ein Zimmer getragen, in dem zwölf Betten so dicht nebeneinander standen, dass man den Eindruck eines ganz mit schneeweißen Kissen ausgefüllten Raumes gewann. Die Verwundungen waren meist schwer und es herrschte ein Trubel, an dem ich im Fieber traumhaften Anteil nahm. So sprang bald nach meiner Ankunft ein junger Mensch, dem ein Verband turbanartig um den und hielt eine Ansprache. Ich glaubte an einen sonderbaren Scherz, allein man sah ihn ebenso plötzlich zusammenbrechen, wie er aufgesprungen war. Sein Bett wurde unter beklommenem Schweigen durch eine kleine dunkle Tür hinausgerollt. Neben mir lag ein Pionieroffizier. Er war im Graben auf einen Sprengkörper getreten, der bei der Berührung eine lange Stichflamme ausgespiehen hatte. Man hatte über seinen durch die Flamme verstümmelten Fuß eine durchsichtige Gaseglocke gestellt. Er war übrigens guter Laune und froh, in mir einen Zuhörer gefunden zu haben. Links neben mir wurde ein blutjunger Feenrich mit Rotwein und Eigelb gefüttert. Er hatte den letzten Grad der Auszehrung erreicht, den man sich vorstellen kann. Wenn die Schwester sein Bett machen wollte, hob sie ihn wie eine Feder empor. Man sah unter seiner Haut alle Knochen, die der Mensch im Leibe trägt. Als die Schwester ihn am Abend fragte, ob er seinen Eltern nicht einen netten Brief schreiben wolle, ahnte ich, was die Uhr geschlagen hatte, und wirklich wurde noch in der Nacht auch sein Bett durch die dunkle Tür in das Sterbezimmer gerollt. Bereits am nächsten Mittag lag ich in einem Lazarettzug, der mich nach Gera brachte, wo ich im Garnison-Lazarett eine vorzügliche Pflege fand. Schon nach einer Woche schwärmte ich des Abends aus, musste allerdings aufpassen, dass ich dem Chefarzt nicht begegnete. Hier zeichnete ich auch die 3000 Mark, die ich damals besaß, als Kriegsanleihe, um sie niemals wiederzusehen. Als ich die Bogen in den Händen hielt, fiel mir das schöne Feuerwerk ein, das auf die verkehrte Leuchtkugel hin das gewiss nicht unter einer Million zu haben war. Wir kehren noch einmal in den furchtbaren Hohlweg zurück, um den letzten Akt zu betrachten, der ein solches Drama beschließt und halten uns dabei an die Berichte der wenigen überlebenden Verwundeten, vor allem an den meines Gefechtsläufers Otto Schmidt. Nach meiner Verwundung übernahm mein Stellvertreter, der Feldwebel Heistermann den Zug, um ihn wenige Minuten später in das Trichterfeld bei Guillemont vorzuführen. Bis auf vereinzelte Leute, die noch während des Anmarsches getroffen wurden und soweit sie gehen konnten nach Comble zurückkehrten, verschwand die Mannschaft spurlos in den feurigen Labyrinthen der Schlacht. Der Zug richtete sich nach der Ablösung wieder in den wohlbekannten Fuchslöchern ein. Die Lücke am rechten Flügel hatte sich in der Zwischenzeit durch das unausgesetzte Vernichtungsfeuer so verbreitert, dass sie unübersehbar geworden war. Auch am linken Flügel waren Löcher entstanden, sodass die Stellung einer durch mächtige Feuerströme eingeschlossenen Insel glich. Aus ähnlichen, größeren und kleineren, immer mehr zusammenschmelzenden Inseln bestand der Abschnitt im weiteren Sinne überhaupt. Der Angriff fand ein Netz vor, dessen Maschen zu weit geworden waren, als dass es ihn noch hätte einfangen können. So verging unter wachsender Unruhe die Nacht. Gegen Morgen erschien eine zweimann starke Streife des Regiments 76, die nach unendlichen Mühen sich durchgetastet hatte. Sie verschwand gleich wieder im Feuermeer und mit ihr die letzte Verbindung mit der Außenwelt. Immer heftiger griff das Feuer auf den rechten Flügel herüber und vergrößerte langsam die Lücke, indem es ein Widerstandsnest nach dem anderen aus der Linie brach. Gegen sechs Uhr morgens wollte Schmidt, um zu frühstücken, nach dem Koch Geschirr greifen, das er vor unserem alten Fuchsloch aufbewahrt hatte, allein es fand sich nur Stück Aluminiumblech vor. Bald setzte die Beschießung wieder ein und begann sich zu einer Wucht zu steigern, die als untrügliches Zeichen eines nahen Angriffs angesehen werden musste. Flugzeuge tauchten auf und begannen wie niederstoßende Geier dicht über dem Boden ihre Kreise zu ziehen. Heister Mann und Schmidt, die beiden einzigen Bewohner der winzigen Erdhöhle, die so lange wie durch ein Wunder standgehalten hatte, wussten, dass der Augenblick gekommen war, sich fertig zu machen. Als sie in den mit Rauch und Staub erfüllten Hohlweg hinaustraten, sahen sie sich in völliger Einsamkeit. Das Feuer hatte im Laufe der Nacht die letzten spärlichen Deckungen, die sich zwischen ihnen und dem rechten Flügel befanden, eingeebnet und die Insassen unter den einstürzenden Erdmassen verschüttet. Aber auch zu ihrer linken Hand zeigte sich der Rand des Hohlweges von Verteidigern entblößt. Der Überrest der Besatzung, darunter die Mannschaft eines Maschinengewehrs, hatte sich in einen engen, nur mit Brettern und einer dünnen Erdschicht abgedeckten Unterstand zusammengezogen, der mit zwei Eingängen ungefähr in der Mitte des Hohlweges in die rückwärtige Böschung gegraben war. Diese letzte Zuflucht suchten auch Heistermann und Schmidt zu erreichen. Auf dem Wege dorthin verschwand jedoch auch der Feldwebel, der gerade an diesem Tage Geburtstag hatte. Er blieb hinter einer Biegung zurück und wurde nie mehr gesehen. Der einzige Mensch, der dann noch von rechts bei der kleinen Unterstands Gruppe erschien, war ein Gefreiter mit verbundenem Gesicht, der sich plötzlich den Verband herunterriss, um Männer und Waffen mit einem Schwall von Blut zu übersprudeln und sich zum Sterben niederzulegen. Während dieser Zeit war die Mächtigkeit des Feuers noch ununterbrochen im Wachsen. Jeden Augenblick musste in dem überfüllten Unterstand, in dem längst kein Wort mehr gesprochen wurde, mit einem Treffer gerechnet werden. Weiter links hatten sich noch einige Leute des dritten Zuges in überhaupt die Stellung von rechts, von der ehemaligen Lücke her, die nun längst zu einem unübersehbaren Dammbruch angewachsen war, zermalmt wurde. Diese Leute müssen auch die ersten gewesen sein, welche die nun nach einem allerletzten zusammengefassten Feuerschlage eindringenden englischen Stoßtrupps wahrnahmen. Jedenfalls wurde die Besatzung zuerst durch ein links von ihr erscheillendes, den Gegner ankündigendes Geschrei alarmiert. Schmidt, der den Unterstand als letzter erreicht hatte und daher dem Ausgang am nächsten saß, tauchte als erster im Hohlweg auf. Er sprang in den spritzenden Kegel einer Granate hinein. Durch die sich verziehende Wolke erblickte er nun auch bereits rechts, gerade an der Stelle des alten Fuchsloches, das uns so treulich beschirmt hatte, kauernde, kakifarbene Gestalten. Im gleichen Augenblick brach der Gegner in dichten Gruppen in den linken Teil der Stellung ein. Was sich jenseits der vorderen Böschung abspielte, war wegen der Tiefe des Hohlweges nicht einzusehen. In dieser verzweifelten Lage stürzten die nächsten Insassen des Unterstandes, vor allem der Feldwebel Sievers, mit einem noch intakten Maschinengewehr und dessen Richtschützen heraus. In Sekunden war die Waffe auf der Sohle des Hohlweges in Stellung gebracht und der Gegner zur Rechten aufs Korn genommen. Aber während der Richtschütze bereits die Faust am Gurt und den Finger am Ladehebel hatte, rollten über die vordere Böschung englische Handgranaten herab. Die beiden Schützen brachen, ohne einen Schuss aus dem Lauf bekommen zu haben, neben ihrer Waffe zusammen. Wer sonst noch aus dem Unterstand sprang, wurde bereits mit Gewehrschüssen empfangen, sodass sich in wenigen Augenblicken um jeden der beiden Fallenen legte. Auch Schmidt wurde schon durch die erste Handgranatensalve zu Boden gestreckt. Ein Splitter traf ihn am Kopf, andere rissen ihm drei Finger auf. Er blieb mit gegen den Boden gepresstem Gesicht in der Nähe des Unterstandes liegen, der noch längere Zeit ein lebhaftes Gewehr und Handgranatenfeuer auf sich zog. Endlich wurde es still. Der Engländer nahm auch diesen Besitz. Schmidt, vielleicht die letzte lebende Seele im Hohlweg selbst, hörte Schritte, die die Annäherung der Angreifer ankündigten. Gleich darauf ertönten dicht über dem Boden hallende Gewehrschüsse und Explosionen von Sprengladungen und Gasbomben, mit denen der Unterstand ausgeräuchert wurde. Trotzdem krochen gegen Abend aus ihm noch einige Überlebende hervor, die sich in einem geschützten Winkel verborgen hatten. Aus ihnen setzten sich wohl die Grüppchen Gefangener zusammen, die den Sturmtruppen in die Hände fielen. Sie wurden von englischen Krankenträgern aufgelesen und zurückgebracht. Bald darauf fiel auch Comble, nachdem der Sack bei Frigicourt ferm zugeschnürt worden war. Seine letzten Verteidiger, die sich während des Feuers in den Katakomben aufgehalten hatten, wurden im Kampf um die Trümmer der Kirche niedergemacht. Dann wurde es still in dieser Gegend, bis wir sie im Frühjahr 1918 wieder eroberten. Am Saint-Pierre warst. Nachdem ich vierzehn Tage im Lazarett und ebenso viele auf Urlaub verbracht hatte, begab ich mich wieder zum Regiment, das bei De Nou ganz nahe der uns wohl bekannten Grande Tranchée in Stellung lag. Es blieb nach meiner Ankunft nur zwei Tage dort und die gleiche Zeit in dem altertümlichen Bergnest Aton-Châtel. Dann dampften wir vom Bahnhof Mars-La-Tour wieder in Richtung auf das Somme-Gebiet ab. Wir wurden in Boin ausgeladen und in Brancourt untergebracht. Diese Gegend, die wir später noch oft berührten, wird von Ackerbauern bewohnt, doch ist fast in jedem Hause ein Webstuhl aufgestellt. Ich war bei einem Ehepaar ein Quartiert, das eine recht hübsche Tochter besaß. Wir teilten die beiden Räume, aus denen das Häuschen bestand, und ich musste abends durch das Familienschlafzimmer hindurch. Der Vater bat mich gleich am ersten Tage, ihm eine Anklageschrift an den Ortskommandanten aufzusetzen, da ihn ein Nachbar an der Kehle gepackt, geprügelt und unter dem Rufe Demand de Pardon mit dem Tode bedroht hatte. Als ich eines Morgens mein Zimmer verlassen wollte, um zum Dienst zu gehen, drückte die Tochter von außen die Türe zu. Ich hielt das für einen ihrer Scherze und stemmte mich auch von meiner Seite kräftig gegen die Tür, die sich unter unserem gemeinsamen Druck aus den Angeln hob, sodass wir mit ihr im Zimmer umher wanderten. Plötzlich fiel die Scheidewand und die Schöne stand zu unserer Beider Verlegenheit und zur großen Heiterkeit ihrer Mutter im Eva-Kostüm da. Niemals habe ich jemand mit so großer Zungengläufigkeit schimpfen hören, wie diese Rose von Brancourt auf die Anschuldigung einer Nachbarin hin, in einer gewissen Straße von Saint-Quentin pensionären gewesen zu sein. Ah, c'est plur, c'est pomme de terre pourrie, j'étais sur en fumier, c'est la crème de la crème pourrie, sprudelte sie hervor, während sie mit krallenartig vorgestreckten Händen durch das Zimmer raste, ohne ein Opfer für ihre Wut finden zu können. Es ging in diesem Nest überhaupt recht landsknechtsmäßig zu. Eines Abends wollte ich noch einen Kameraden aufsuchen, der bei dieser besagten Nachbarin einer derbflämischen Schönheit, Madame Louise genannt, einquartiert war. Ich ging gleich durch die Gärten und sah durch ein kleines Fenster Madame Louise am Tische sitzen und sich noch an einer großen Kanne Kaffee gütlich tun. Plötzlich öffnete sich die Tür und der Inhaber dieses gemütlichen Quartiers trat wie ein Nachtwandler und zu meinem Erstaunen auch nicht reichlicher bekleidet als ein solcher ins Zimmer herein. Ohne ein Wort zu sprechen ergriff er die Kanne und goss sich zielsicher eine gehörige Portion Kaffee in den Mund. Dann schritt er ebenso wortlos wieder hinaus. Da ich fühlte, dass ich ein solches Idyll nur stören könnte, schlich ich mich leise wieder davon. Es herrschte ein lockerer Zug in dieser Gegend, der in seltsamem Kontrast zu ihrem ländlichen Charakter stand. Das hing wohl mit der Weberei zusammen, denn in Städten und Landschaften, in denen die Spindel herrscht, wird man immer einen ganz anderen Geist antreffen, als etwa in solchen, in denen geschmiedet wird. Da wir kompanieweise auf die einzelnen Ortschaften verteilt waren, bildeten wir abends nur einen kleinen Kreis. Unsere Gesellschaft bestand gewöhnlich aus Leutnant Boje, der die zweite Kompanie führte, Leutnant Heilmann, einem grimmigen Krieger, dem ein Auge ausgeschossen war, Fenrich Gornig, der später zu den Paris Fliegern ging, und mir. Allabendlich speisten wir Salzkartoffeln mit Büchsen Gulasch, dann kamen die Karten und einige Flaschen polnischer Reiter oder grüne Pomeranzen auf den Tisch. Hier führte vor allem Heilmann das Wort, der zu den Menschen gehörte, denen nichts imponieren kann. Er wohnte in einem der zweitschönsten Quartiere, wurde am zweitschwersten verwundet oder nahm an einer der zweitgrößten Beerdigungen teil. Nur seine Heimat Oberschlesien machte eine Ausnahme, denn sie besaß das größte Dorf, den größten Güterbahnhof und den tiefsten Schacht der Welt. Für den bevorstehenden Einsatz war ich als Spähoffizier bestimmt und stand mit einem Trupp von zwei Unteroffizieren und vier Mann der Division zur Verfügung. Solche Sonderaufträge behagten mir wenig, denn ich fühlte mich in meiner Kompanie wie in einer Familie und nur ungern verließ ich sie vor einer Schlacht. Am 8. November fuhr das Bataillon bei strömendem Regen nach dem von der Bevölkerung verlassenen Dorfe Gonlieu. Von dort wurde der Spähtrupp nach Lieramont abkommandiert und dem Nachrichtenoffizier der Division Rittmeister Böckelmann unterstellt. Der Rittmeister bewohnte mit uns vier Spähtrupp Führern, zwei Beobachtungsoffizieren und seinem Adjutanten das geräumige Pfarrhaus, dessen Zimmer wir unter uns aufteilten. An einem der ersten Abende entspann sich in der Bibliothek ein langes Gespräch über das deutsche Friedensangebot, das gerade bekannt gegeben war. Böckelmann beendete es mit dem Satze, dass es jedem Soldaten während eines Krieges verboten sein müsse, das Wort Frieden überhaupt nur auszusprechen. Unsere Vorgänger machten uns mit der Stellung der Division vertraut. Wir mussten jede Nacht nach vorn begeben. Unsere Aufgabe bestand darin, die jeweilige Lage zu erkunden, die Anschlüsse zu prüfen und uns überall ins Bild zu setzen, um im Notfall Truppen einweisen und Sonderaufträge ausführen zu können. Der mir als Arbeitsgebiet zugewiesene Abschnitt lag links vom St. Pierre Vastwald unmittelbar vor dem namenlosen Wald. Die nächtliche Landschaft war schlammig und wüst, oft von schweren Feuerstößen durchdröhnt. Häufig stiegen gelbe Raketen auf, die in der Luft zersprangen und einen Feuerregen niederrieseln ließen, dessen Farbe mich an den Ton einer Bratsche erinnerte. Gleich in der ersten Nacht verirrte ich mich bei völliger Dunkelheit in den Sümpfen des Tortille-Bachs, in denen ich fast ertrunken wäre. Es gab hier unergründliche Stellen. Erst in der Nacht vorher war ein bespannter Munitionswagen spurlos in einem riesigen Granattrichter verschwunden, der unter dem Schlammspiegel verborgen war. Nachdem ich dieser Wildnis entronnen war, suchte ich mich zum namenlosen Walde vorzutasten, in dessen Umgebung ein schwaches, aber ununterbrochenes Granatfeuer lag. Ziemlich sorglos schritt ich darauf zu, denn der matte Klang der Einschläge ließ mich vermuten, dass dort der Engländer seine Ladenhüter verpulverte. Plötzlich aber trug ein kleiner Windstoß einen süßlichen Zwiebelgeruch heran. Zugleich hörte ich im Walde eine Reihe von Stimmen. Gas, Gas, Gas. Dieser Ruf klang aus der Entfernung eigenartig fein und klagend, so wie man etwa ein Grillenzirpen hört. Wie ich am nächsten Morgen erfuhr, erlitten um diese Stunde in dem Walde, in dessen Unterholz die schweren Fosgehen Wolken mit Zähigkeit hafteten, viele der unseren den Vergiftungstod. Mit tränenden Augen stolperte ich zum Wohwald zurück, indem ich durch die beschlagenen Fenster der Gasmaske geblendet aus einem Trichter in den anderen stürzte. Diese Nacht war, mit der Weite und Unwirklichkeit ihrer Räume von gespenstischer Einsamkeit. Wenn ich in dieser Finsternis auf Posten oder umherirrende Versprengte stieß, hatte ich das eisige Gefühl, dass ich mich nicht mehr mit Menschen sondern mit Dämonen unterhielt. Man schweifte wie auf einem riesigen Schuttplatz jenseits der Ränder der bekannten Welt. Am 12. November tat ich, auf besseres Glück hoffend, mit dem Auftrag, die Anschlüsse in der Trichterstellung zu prüfen, meinen zweiten Gang nach vorn. Entlang einer in Erdlöchern verborgenen Kette von Relaisposten strebte ich meinem Ziele zu. Die Trichterstellung trug ihren Namen zurecht. Auf einem Höhenrücken vor dem Dorfe Rancourt waren zahllose Krater verstreut und hier und dort von einigen Leuten besetzt. Die dunkle Fläche, über der sich pfeifend die Geschosse kreuzten, war öde und beängstigend. Nach einiger Zeit verlor ich den Anschluss an die Trichterkette und ging zurück, um nicht den Franzosen in die Hände zu laufen. Ich stieß dabei auf einen bekannten Offizier vom Regiment 164, der mich warnte, in der anbrechenden Dämmerung noch länger zu verweilen. Eilig durchschritt ich daher den namenlosen Wald und stolperte durch tiefe Trichter über entwurzelte Bäume und ein fast undurchdringliches Gewirr herabgeschlagener Äste. Als ich aus dem Waldrande trat, war es hell geworden. Das Trichterfeld dehnte sich ohne eine Spur von Leben vor mir aus. Ich stutzte, weil im Kriege menschenleere Flächen stets verdächtig sind. Plötzlich fiel ein von einem unsichtbaren Schützen abgefeuerter Schuss, der mich an beiden Beinen traf. Ich warf mich in den nächsten Trichter und verbannt die Wunden mit meinem Taschentuch, da ich meine Verbandpäckchen natürlich wieder vergessen hatte. Ein Geschoss hatte die rechte Wade durchbohrt und die linke gestreift. Mit äußerster Vorsicht kroch ich in den Wald zurück und humpelte von dort durch das schwer beschossene Gelände dem Verbandplatz zu. Kurz davor erlebte ich wieder ein Beispiel dafür, wie kleine Umstände das Glück im Kriege ausmachen. Ungefähr hundert Meter vor einer Straßenkreuzung, der ich zustrebte, rief mich der Führer einer schanzenden Abteilung an, mit dem ich in der neunten Kompanie zusammen gewesen war. Kaum hatten wir eine Minute gesprochen, als mitten auf der Kreuzung eine Granate krepierte, der ich ohne diese Begegnung wahrscheinlich zum Opfer gefallen wäre. Derartiges sieht man nicht als Zufall an. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde ich bis Nürlü auf einer Bahre getragen. Von dort holte mich der Rittmeister mit einem Auto ab. Auf der von feindlichen Scheinwerfern bestrahlten Landstraße zog 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 der Führer plötzlich die Bremse an. Ein dunkles Hindernis sperrte den Weg. Sehen Sie nicht hin, sagte mir Böckelmann, der mich im Arme hielt. Es war eine Infanterie Gruppe mit ihrem Führer, die soeben einem Volltreffer zum Opfer gefallen war. Die Kameraden lagen im Tode wie friedliche Schläfer vereint. Im Fahrhaus nahm ich noch am Abendessen teil, wenigstens insofern, als ich im gemeinsamen Zimmer auf ein Sofa gebettet wurde und mir ein Glas Rotwein munten ließ. Diese Gemütlichkeit wurde aber bald dadurch gestört, dass Lieramont seinen Abendsegen erhielt. Ortsbeschießungen sind besonders unangenehm und so siedelten wir denn eilig in den Keller über, nachdem wir einige Male dem zischenden Gesang der eisernen Booten gelauscht hatten, der krachend in den Gärten oder im Gebälk der Häuser endete. Ich wurde als erster in eine Decke gerollt und nach unten geschleppt. Noch in derselben Nacht kam ich dann in das Feldlazarett Villere und von dort zum Kriegslazarett Valenciennes. Das Kriegslazarett war nahe dem Bahnhof im Gymnasium eingerichtet und beherbergte über 400 Schwerverwundete. Tag für Tag verließ unter dumpfen Trommelschlag ein Leichenzug das große Portal. In dem weiten Operationssaal verdichtete sich der ganze Jammer des Krieges. An einer Reihe von Operationstischen walteten die Ärzte ihres blutigen Handwerkes. Hier wurde ein Glied abgeteilt, dort ein Schädel aufgemeißelt oder ein festgewachsener Verband gelöst. Wimmern und Schmerzensschreie halten durch den von mitleidlosem Licht durchfluteten Raum, während weißgekleidete Schwestern geschäftig mit Instrumenten oder Verbandzeug von einem Tisch zum anderen eilten. Neben meinem Bett lag ein Feldwebel, der ein Bein verloren hatte, mit einer schweren Blutvergiftung im Kampf. Wirre Hitzeschauer wechselten mit Schüttelfrösten ab und die Fieberkurve machte Sprünge wie ein durchgehendes Pferd. Die Ärzte suchten das Leben mit Sekt und Kampfer zu unterstützen, aber immer deutlicher neigte sich die Waagschale dem Tode zu. Merkwürdig war, dass er, der die letzten Tage eigentlich bereits von uns abwesend gewesen war, in der Stunde seines Todes die volle Klarheit wiederfand und noch einige Vorbereitungen traf. So ließ er sich von der Schwester sein Lieblingskapitel aus der Bibel vorlesen, dann verabschiedete er sich von uns allen, indem er uns um Entschuldigung bat, dass er uns durch seine Fieberanfälle so oft des Nachts in der Ruhe gestört habe. Endlich flüsterte er mit einer Stimme, der er noch einen scherzhaften Klang zu geben suchte, haben's nicht noch ein bisschen Brot, Fritz, und war in wenigen Minuten dieser letzte Satz bezog sich auf unseren Krankenpfleger Fritz, einen älteren Mann, dessen Dialekt wir nachzuahmen pflegten, und er erschütterte uns, weil in ihm eine Absicht des Sterbenden uns aufzuheitern zum Ausdruck kam. Während dieses Aufenthaltes litt ich unter einem Anfall von Trübsinn, zu dem wohl auch die Erinnerung an die kalte Urschlammlandschaft beitrug, in der ich verwundet worden war. Jeden Nachmittag humpelte ich an den Ufern eines öden Kanals zwischen entlaubten Pappeln entlang. Besonders bedrückte mich, dass ich an dem Sturm meines Regiments auf den St. Pierre Warst warst nicht teilnehmen können, einer glänzenden Waffentat, die Hunderte von Gefangenen in unserer Hand gebracht hatte. So wie sich nach vierzehn Tagen die Wunden halbwegs geschlossen hatten, kehrte ich zur Truppe zurück. Die Division hielt noch dieselbe Stellung, in der ich sie nach meiner Verwundung verlassen hatte. Als mein Zug nach EPI einrollte, ertönte draußen eine Reihe von Einschlägen. Verbeulte Trümmer von Güterwagen, die neben den Gleisen umher lagen, verrieten, dass hier nicht gespaßt wurde. Was ist denn hier los? fragte ein mir gegenüber sitzender Hauptmann, der anscheinend frisch aus der Heimat verfrachtet war. Ohne mich mit einer Antwort aufzuhalten, riss ich die Tür des Abteils auf und nahm hinter dem Bahndamm Deckung, während der Zug noch ein Stück weiter fuhr. Zum Glück waren diese Einschläge die letzten. Von den Reisenden war niemand getroffen, nur einige blutende Pferde wurden aus dem Viehwagen geführt. Da ich noch nicht gut marschieren konnte, wurde mir der Posten eines Beobachtungsoffiziers übertragen. Die Beobachtungsstelle lag an dem abfallenden Hang zwischen Neulü und Moilin. Sie bestand aus einem eingebauten Scherenfernrohr, durch das ich die mir wohlbekannte vordere Linie beobachtete. Bei stärkerem Feuer, bunten Leuchtkugeln und besonderen Ereignissen war die Division telefonisch zu benachrichtigen. Tagelang hockte ich frierend auf einem Stühlchen hinter dem Doppelglase im Novembernebel und verschaffte mir höchstens durch eine Leitungsprobe eine dürftige Abwechslung. War der Draht zerschossen, so musste ich ihn durch meinen Störungstrupp flicken lassen. Ich entdeckte in diesen Leuten, deren Tätigkeit mir bisher im Kampfgelände kaum aufgefallen war, eine besondere Art von unbekannten Arbeitern im tödlichen Raum. Während jeder andere sich gemeinhin beeilte, den Zonen des Beschusses auszuweichen, strebte der Störungstrupp unverzüglich und berufsmäßig auf sie zu. Bei Tag und Nacht suchte er die vom Einschlage noch warmen Trichter auf, um zwei Drahtenden wieder zusammen zu flechten. Diese Tätigkeit war ebenso gefährlich wie unscheinbar. Der Beobachtungsstand war unauffällig in das Gelände gebaut. Von außen war nur ein schmaler Schlitz zu sehen, der sich halb unter einer Graskuppe verbarg. So kamen nur Zufallstreffer in die Nähe und ich konnte aus dem sicheren Versteck bequem das Benehmen der einzelnen Leute und kleinen Abteilungen verfolgen, auf das man weniger achtet, wenn man selbst den beschossenen Raum durchquert. Die Landschaft glich zuweilen, vor allem in den Stunden der Dämmerung einer großen Steppe, die von Tieren bevölkert ist. Besonders, wenn auf in regelmäßigen Abständen beschossene Punkte immer wieder neue Ankömmlinge zustrebten, um sich dann plötzlich zu Boden zu werfen und in höchster Geschwindigkeit davon zu eilen, drängte sich der Vergleich mit einer bösartigen Naturlandschaft auf. Der Eindruck war wohl deshalb so stark, weil ich gleichsam als ein vorgeschobenes Sinnesorgan der Führung die Vorgänge in aller Ruhe betrachtete. Ich hatte eigentlich weiter nichts zu tun, als die Stunde des Angriffs abzuwarten. Nach je 24 Stunden löste mich ein anderer Offizier ab, und ich erholte mich im nahen Neu-Lue, wo in einem großen Weinkeller ein verhältnismäßig bequemes Quartier eingerichtet war. Ich erinnere mich noch manchmal der langen, nachdenklichen Novemberabende, die ich, meine Pfeife rauchend, einsam vor dem Kamin des kleinen, tonnenförmigen Gewölbes verbrachte, während draußen, im verwüsteten Park, der Nebel von den kahlen Kastanienbäumen tropfte, und zuweilen ein wiederhallender Einschlag die Stille unterbrach. Am 18. Dezember wurde die Division abgelöst und ich stieß wieder zum Regiment, das im Dorfe Frenoir Le Grand in Ruhe lag. Dort übernahm ich für den beurlaubten Leutnant Boje die Führung der Zweiten Kompanie. In Frenoir hatte das Regiment vier Wochen ungestörter Ruhe und jeder bemühte sich, davon so viel wie möglich zu genießen. Weihnachten und Neujahr wurden durch Kompaniefeste gefeiert, bei denen Bier und Grog in Strömen flossen. Es waren gerade noch fünf Mann in der zweiten Kompanie, die das vorige Weihnachtsfest mit mir zusammen in den Schützengräben von Monchi gefeiert hatten. Ich bewohnte mit dem Frenrich Gornig und meinem Bruder Fritz, der als Fahnenjunker für sechs Wochen zum Regiment gekommen war, den Salon und zwei Schlafzimmer eines französischen Kleinrentners. Hier taute ich wieder etwas auf und kam häufig erst in der Frühe nach Haus. Eines Morgens, als ich noch schlaftrunken im Bett lag, trat ein Kamerad zu mir ins Zimmer, um mich zum Dienst abzuholen. Während wir noch etwas plauderten, spielte er an meiner Pistole herum, die wie gewöhnlich auf dem Nachttisch lag, und jagte mir dabei eine Kugel dicht am Schädel vorbei. Ich habe im Krieg eine Reihe von tödlichen Verletzungen durch unvorsichtigen Waffengebrauch miterlebt. Solche Zufälle sind besonders ärgerlich. In der ersten Woche fand eine Besichtigung durch den General Sonntag statt, bei der das Regiment für seine Leistungen beim Sturm auf den St. Pierre Varstwald gerühmt und mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht wurde. Als ich nie im Parademarsch vorführte, glaubte ich zu bemerken, dass Oberst von Oppen dem General über mich berichtete. Einige Stunden später wurde ich in das Stabsquartier befohlen, wo mir der General das eiserne Kreuz erster Klasse überreichte. Ich war umso mehr erfreut, als ich eigentlich in der heimlichen Erwartung irgendeines Anpfiffes dem Befehl nachgekommen war. Sie pflegen öfters, verwundet zu werden, begrüßte mich jedoch der General. Ich habe daher an ein Pflaster für sie gedacht. Am 17. Januar 1917 wurde ich von Frenoir für vier Wochen auf den Truppenübungsplatz Sisson zu einem Kompanieführerkurs kommandiert. Der Dienst wurde uns durch den Leiter unserer Abteilung Hauptmann Funk sehr angenehm gemacht. Er besaß das Talent, die große Fülle der Vorschriften aus wenigen Grundregeln abzuleiten. Durch diese Methode wird man immer gefördert, auf welchem Gebiet man ihr auch begegnen mag. Die Verpflegung während dieser Zeit war dagegen recht kümmerlich. Die Kartoffeln hatten sich rar gemacht. Tag für Tag fanden wir, wenn wir in unserem riesigen Speisesaal die Deckel der Schüsseln lüfteten, ein wässriges Steckrüben Gemüse vor. Bald konnten wir die gelben Erdfrüchte kaum noch sehen. Dabei sind sie eigentlich besser als ihr Ruf. Vorausgesetzt allerdings, dass man sie mit einem tüchtigen Stück Schweinefleisch schmort und auch den Pfeffer nicht spart. Daran freilich fehlte es. Der Somm-Rückzug Ende Februar 1917 stieß ich wieder zum Regiment, das seit einigen Tagen bei den Ruinen von Villiers Carbonell in Stellung lag und übernahm die Führung der Achten Kompanie. Der Anmarsch zu den Kampfgräben schlängelte sich durch das unheimliche, verödete Gebiet der Somm-Niederung. Eine alte, schon stark beschädigte Brücke führte über den Fluss. Andere Annäherungspfade waren als schmale Knüppeldämme quer über das Sumpfbecken gelegt, das sich in der Niederung ausbreitete. Auf ihnen galt es, Mann hinter Mann, breite, raschelnde Schilfgürtel zu durchbrechen und schweigende, schwarz blinkende Wasserflächen zu überschreiten. Wenn auf diesen Strecken Granaten einschlugen und den Morast in hohen Springsäulen aufrissen oder wenn die Gaben der Maschinengewehre über die Sumpfflächen Irrten, konnte man nur die Zähne zusammenbeißen, denn man schritt wie auf einem Seile dahin, zu dessen Seiten es keine Deckung gab. Daher wurden einige fantastisch zerschossene Lokomotiven, die am hohen Ufer der anderen Seite auf einem Bahngleis stehen geblieben waren und das Ende des Weges ankündigten, jedes Mal mit einem Gefühl der Erleichterung begrüßt. In der Niederung lagen die Dörfer Brie und Saint-Christ. Türme, von denen sich nur eine einzige schmale Mauer erhalten hatte, in deren Fensteröffnungen das Mondlicht spielte, dunkle Trümmerhaufen von wirrem Balkenwerk überragt und vereinzelte ihrer Zweige beraubte Bäume auf Weiten, von schwarzen Einschlägen gemusterten Schneeflächen säumten den Weg als starre metallische Kulissen, hinter denen das Gespenstische dieser Landschaft auf der Lauer zu liegen schien. Die Kampfgräben waren nach einer starken Schlammperiode gerade wieder notdürftig in Ordnung gebracht. Die Zugführer erzählten mir, dass sie eine Zeit lang die Ablösung nur durch Leuchtkugeln vollzogen hätten, um sich nicht der Gefahr des Ertrinkens auszusetzen. Eine schräg über den Graben geschossene Leuchtkugel bedeutete, ich gebe die Wache ab, eine andere, in entgegengesetzter Richtung, ich habe sie übernommen. Mein Unterstand lag ungefähr 50 Meter hinter der vorderen Linie in einem Quergraben, in dem außer mir und meinem kleinen Stabe noch eine mir persönlich zur Verfügung stehende Gruppe hauste. Er war trocken und gut ausgebaut. An seinen beiden durch Zeltbahnen verhängten Ausgängen standen kleine eiserne Öfen mit langen Rohren, durch die bei schweren Beschießungen oft Erdbrocken mit einem fatalen Poltern herunterrollten. Vom Stollen zweigten sich rechtwinklig einige blinde Gänge ab, die eine Reihe winziger Zellen bildeten. In einer von ihnen nahm ich Quartier. Außer einer schmalen Pritsche, einem Tisch und einigen Handgranatenkisten bestand die Einrichtung nur noch aus wenigen altvertrauten Gegenständen, der Spiritusbüchse, dem Kerzenhalter, dem Kochgeschirr und der persönlichen Ausrüstung. Hier hielten wir auch des Abends, jeder auf 25 scharfen Handgranaten hockend, eine gemütliche Plauderstunde ab. Gesellschaft leisteten mir dabei die beiden Kompanieoffiziere Hamburg und Eisen und ich glaube, dass die unterirdischen Sitzungen unserer kleinen Runde 300 Meter vorm Feinde seltsam genug waren. Hamburg, seines Zeichens Astronom, ein großer Liebhaber E.T.A. Hoffmanns, pflegte lange Reden über die Beobachtung der Venus zu halten, von der er behauptete, dass dieser Stern in seinem reinen Glanze auf Erden nie zu finden sei. Er war von winziger Figur, spinnendünn, rothaarig und hatte ein mit gelben und grünlichen Sommersprossen besätes Gesicht, das ihm unter uns den Beinamen Marquis Gogonsola eingetragen hatte. Im Verlaufe des Krieges hatte er eigentümliche Gewohnheiten angenommen. So pflegte er, tagsüber zu schlafen und erst am Abend lebendig zu werden, um dann zuweilen einsam vor den Deutschen oder den englischen Gräben herum zu geistern. Auch hatte er die bedenkliche Manier, sich leise an einen Posten heranzuschleichen und plötzlich dicht neben seinem Ohre eine Leuchtkugel abzufeuern, um den Mut zu prüfen. Leider war er von viel zu schwächlicher Gesundheit für einen Krieg und daher kam es wohl auch, dass er einer an sich harmlosen Verwundung erlag, die er bald danach bei Fronois erlagt. Eisen war von ebenso kleiner Gestalt aber beleibt und da er als der Sohn eines Ausgewanderten im wärmeren Klima Lissabons aufgewachsen war, von einem ewigen Frösteln geplagt. Aus diesem Grunde pflegte er von von Arminen von begegnet zu sein. Eine Zeit lang trug er auch noch einige Eierhandgranaten in den Hosentaschen, bis diese Angewohnheit zu einem sehr unangenehmen Erlebnis führte, das er uns eines Abends zum Besten gab. Er hatte nämlich in der Tasche herumgekramt, um seine Pfeife herauszuziehen, die sich dann in der Schlaufe einer Eierhandgranate verfangen und diese zum Abzug gebracht hatte. So hatte ihn plötzlich der unverkennbare Matte Knall überrascht, der das drei Sekunden währende Zischeln des abbrennenden Zündsatzes einzuleiten pflegt. In seinem entsetzten Bestreben, das Ding herauszuziehen, um es über Deckung zu schleudern, verfitzte er sich dermaßen in seiner eigenen Hosentasche, dass es ihn längst in Stücke gerissen hätte, wenn nicht durch einen märchenhaften Glücksfall gerade dieses Geschoss ein Versager gewesen wäre. Halb gelähmt und in Angstschweiß gebadet, sah er sich dem Leben wieder geschenkt. Es war jedoch nur ein kurzer Aufschub, den er so gewann, denn er blieb wenige Monate später bei Langemark im Gefecht. Auch bei ihm musste der Wille dem Körper sehr zu Hilfe kommen. Er war sowohl kurzsichtig wie schwerhörig und musste, wie es sich bald bei einer kleinen Begegnung erwies, von seinen Leuten erst in die Richtung des Gegners gestellt werden, um sich am Kampf beteiligen zu können. Immerhin sind schwächliche Leute von Herz besser als kräftige Feiglinge, was sich während der wenigen Wochen, die wir Wesenheit erwies. Wenn dieser Teil der Front auch als ruhig bezeichnet werden konnte, so verrieten doch mächtige Feuerstöße, die zuweilen überraschend auf die Gräben hämmerten, dass es an Artillerie nicht mangelte. Auch war der Engländer recht neugierig und es verging keine Woche, in der er nicht durch kleine Erkundungsabteilungen mit List oder mit Gewalt sich einen Einblick bei uns zu verschaffen suchte. Man munkelte manches von einer großen Übermaterialschlacht, durch die uns im Frühling noch ganz andere Feste bereitet werden sollten als jene, an die wir durch die Sommenschlacht des vergangenen Jahres gewöhnt waren. Um die erste Wucht des Anpralls zu dämpfen, bereiteten wir eine großzügige Räumung vor. Ich berichte hier einige Erlebnisse aus dieser Zeit. 1. März 1917. Am Nachmittag herrschte des klaren Wetters wegen lebhafte Feuertätigkeit. Besonders eine schwere Batterie ebnete unter Ballonbeobachtung den Abschnitt des dritten Zuges fast vollkommen ein. Um meine Stellungskarte zu ergänzen, patschte ich am Nachmittag durch den vollständig versoffenen namenlosen Graben dorthin. Während dieses Weges sah ich lange schwarze Rauchfahne nach sich zog. Ein deutscher Flieger hatte sich an den unangenehmen Fesselballon herangemacht und ihn in Brand geschossen. Vom rasenden Feuer der Erdabwehr verfolgt, zog er glücklich in steilen Flügelkurven davon. Am Abend kam der gefreite Schnau zu mir und meldete, dass unter seinem Gruppen unterstande schon seit vier Tagen ein pickendes Geräusch zu hören sei. Ich gab die Beobachtung weiter und bekam ein Pionierkommando mit Horchapparaten gestellt, das allerdings nichts Verdächtiges erkundete. Später hieß es, dass damals die ganze Stellung unterminiert gewesen sei. Am 5. März näherte sich in den frühen Morgenstunden eine Streife unserem Graben und begann den Drahtverhaut zu durchschneiden. Eisen eilte mit einigen Leuten auf die Meldung eines Postens herbei und warf Handgranaten, worauf die Angreifer sich zur Flucht wandten und zwei Mann liegen ließen. Der eine, ein junger Leutnant starb gleich darauf, der andere, ein Sergeant, war schwer an Arm und Bein verwundet. Aus den Papieren des Offiziers ging hervor, dass er den Namen Stokes trug und dem Royal Monster II Fusilierregiment angehörte. Er war sehr gut angezogen und sein im Tode verkrampftes Gesicht war intelligent und energisch geschnitten. In seinem Notizbuch las ich eine Menge Anschriften von Londoner Mädchen. Das rührte mich an. Wir begruben ihn hinter unserem Graben und setzten ihm ein einfaches Kreuz, in das ich mit Schuhnägeln seinen Namen einhämmern ließ. Ich ersah aus diesem Erlebnis, dass nicht jede Streife so glücklich zu enden brauchte wie meine bisherigen. Am nächsten Morgen griff der Engländer nach kurzer Artillerie Vorbereitung mit fünfzig Mann den Abschnitt der Nachbarkompanie an, in dem der Leutnant Reinhardt befähligte. Die Angreifer hatten sich vor den Draht geschlichen und nachdem einer von ihnen mit einer am Ärmel befestigten Reibfläche ein Lichtzeichen gegeben hatte, um die englischen Maschinengewehre zum Schweigen zu bringen, waren sie gleichzeitig mit den letzten Granaten gegen unseren Graben angelaufen. Alle hatten beruste Gesichter, um sich möglichst wenig von der Dunkelheit abzuheben. Unsere Leute empfingen sie indessen so meisterlich, dass nur ein einziger in den Graben gelangte. Dieser rannte gleich bis zur zweiten Linie durch, wo er, nachdem er die Aufforderung, sich zu ergeben, nicht beachtet hatte, niedergeschossen wurde. Den Draht zu überspringen gelang nur einem Leutnant und einem Sergenten. Der Leutnant fiel, obwohl er unter der Uniform einen Panzer trug, da ihm eine von Reinhardt auf nächste Entfernung entgegengesandte Pistolenkugel eine Platte in den Leib jagte. Dem Sergenten wurden durch Handgranatensplitter beide Beine fast abgerissen, trotzdem behielt er mit stoischer Ruhe seine kurze Pfeife bis zum Tode zwischen den zusammengebissenen Zähnen. Auch hier hatten wir wieder, wie überall, wo wir Engländern begegneten, den erfreulichen Eindruck kühner Männlichkeit. Am Vormittag dieses erfolgreichen Morgens schlenderte ich durch meinen Graben und sah auf einem Postenstand den Leutnant Pfaffendorf, der von dort mit einem Scherenfernrohr das Feuer seiner Minenwerfer leitete. Neben ihm tretend bemerkte ich sofort einen Engländer, der hinter der dritten feindlichen Linie über Deckung ging und sich in seiner kaki-braunen Uniform scharf vom Horizont abzeichnete. Ich riss dem nächsten Posten das Gewehr aus der Hand, stellte Visier 600, nahm den Mann scharf aufs Korn, hielt etwas vor den Kopf und zog ab. Er tat noch drei Schritte. Dann fiel er auf den Rücken, als ob ihm die Beine unter dem Leib fortgezogen wären, schlug ein paar Mal mit den Armen und rollte in ein Granatloch, aus dem wir durch das Glas noch lange seinen braunen Ärmel leuchten sahen. Am 9. März pflasterte der Engländer unseren Abschnitt wieder einmal nach allen Regeln der Schießkunst aus. Am frühen Morgen schon wurde ich durch einen starken Feuerüberfall geweckt, griff nach der Pistole und stürzte schlaftrunken nach draußen. Als ich die Zeltbahn vor meinem Stolleneingang zur Seite riss, war es noch stockdunkel. Das grelle Aufflammen der Geschosse und der sausende Dreck machten mich sofort munter. Ich rannte durch den Graben, ohne einer Menschenseele zu begegnen, bis ich an eine Stollentreppe kam, auf der eine führerlose Gruppe kauerte, wie Hühner beim Regen aneinander gedrängt. Ich nahm sie mit und machte den Graben mobil. Irgendwo hörte ich zu meiner Freude die piepsende Stimme des kleinen Hamburg, der schon in ähnlicher Weise aufräumte. Missmutig ging ich, nachdem das Feuer abgeflaut war, in meinen Stollen zurück, wo meine schlechte Stimmung durch den Anruf einer Befehlsstelle noch erhöht wurde. Zum Donnerwetter! Was ist bei Ihnen eigentlich los? Warum kommen Sie erst jetzt ans Telefon? Nach dem Frühstück setzte sich die Beschießung fort. Diesmal hämmerte der Engländer langsam, doch planmäßig die Stellung mit schweren Granaten ab. Endlich wurde es langweilig. Ich besuchte durch einen unterirdischen Gang den kleinen Hamburg, sah zu, was er zu trinken hatte und spielte mit ihm siebzehn und vier. Einmal wurden wir durch einen Riesenkrach gestört. Erdklumpen rollten durch die Tür und das Ofenrohr. Der Stollenhals war eingeschossen, die Verschalung wie eine Streichholzschachtel zerknickt. Manchmal zog ein stickiger Bittermandel Geruch durch den Schacht. Sollten die Kerle mit Blausäure schießen? Na Prösterchen! Einmal musste ich verschwinden. Es musste wegen der dauernden Unterbrechung durch schwere Geschosse in vier Zeiten geschehen. Gleich darauf stürzte der Bursche herein mit der Meldung, dass die Latrine durch Volltreffer zu Sägespänen zerrissen sei, was Hamburg zu einer anerkennenden Bemerkung über meinen Dusel veranlasste. Ich meinte, wenn ich draußen geblieben wäre, hätte ich jetzt vielleicht ebenso viel Sommersprossen wie sie. Gegen Abend hörte das Feuer auf. Ich ging in der Stimmung, die mich immer nach schweren Beschießungen überkam und die ich nur dem aufgelockerten Gefühl nach einem Gewitter vergleichen kann, den Graben ab. Er sah wüst aus. Ganze Strecken waren eingeebnet, fünf Stollenhälse zusammengedrückt, mehrere Leute waren verwundet. Ich besuchte sie und fand sie verhältnismäßig wohl auf. Ein Toter lag im Graben mit seiner Zeltbahn zugedeckt. Ein langer Splitter hatte ihm, als er tief unten in der Stollentreppe stand, die linke Hüfte weggerissen. Am Abend wurden wir abgelöst. Am 13. März bekam ich von Oberst von Oppen den Auftrag, den Kompanieabschnitt mit einer Patrouille von zwei Gruppen bis zum völligen Rückzug des Regiments über die Somme zu halten. Jeder der vier Abschnitte in vorderer Linie sollte durch eine solche Patrouille, deren Führung Offizieren übertragen war, besetzt werden. Die Abschnitte waren vom rechten Flügel an, den Leutnants Reinhardt, Fischer, Lorek und mir unterstellt. Die Dörfer, die wir auf dem Anmarsch durchschritten, hatten das Aussehen großer Tollhäuser angenommen. Ganze Kompanien stießen und rissen Mauern um oder saßen auf den Dächern und zertrümmerten die Ziegel. Bäume wurden gefällt, Scheiben zerschlagen, rings stiegen von gewaltigen Schutthaufen Rauch und Staubwolken auf. Man sah Leute in den von den Einwohnern zurückgelassenen Anzügen und Frauenkleidern, Zylinderhüte auf den Köpfen umherrasen. Sie fanden mit zerstörerischem Schafsinn die Hauptbalken der Häuser heraus, Seile daran und zogen mit taktmäßigem Geschrei so lange, bis alles zusammenprasselte. Andere schwangen gewaltige Hämmer und zerschmetterten damit, was ihnen in den Weg kam, vom Blumentopf, vom Fensterbrett bis zur kunstvollen Glaskonstruktion eines Wintergartens. Bis zur Siegfriedstellung war jedes Dorf ein Trümmerhaufen, jeder Baum gefällt, jede Straße unterminiert, jeder Brunnen verseucht, jeder Flusslauf abgedämmt, jeder Keller gesprengt oder durch versteckte Bomben gefährdet, jede Schiene abgeschraubt, jeder Telefondraht abgerollt, alles Brennbare verbrannt, kurz, wir verwandelten das Land, das den vordringenden Gegner erwartete, in eine Wüstenei. Die Bilder erinnerten wie gesagt an ein Tollhaus und riefen eine ähnliche, halb komische, halb widrige Wirkung hervor. Sie waren auch, wie man sogleich bemerkte, der Mannszucht abträglich. Zum ersten Male sah ich hier die planmäßige Zerstörung, der ich später im Leben noch bis zum Überdruss begegnen sollte. Sie ist unheilvoll mit dem ökonomischen Denken unserer Epoche verknüpft, bringt auch dem Zerstörer mehr Schaden als Nutzen und dem Soldaten keine Ehre ein. Unter den Überraschungen, die für unsere Nachfolger vorbereitet wurden, waren einige von erfinderischer Bösartigkeit. So wurden in Haus- und Stolleneingänge fast unsichtbare Pferdehaardünne Drähte gespannt, die bei der leisesten Berührung verborgene Sprengladungen entzündeten. An manchen Stellen wurden schmale Schächte in die Straßen gegraben, in die man eine Granate versenkte. Das Ganze wurde mit einer Eichenbohle und dann wieder mit Erde verdeckt. In die Bohle war ein Nagel getrieben, der dicht über dem Granatzünder stand. Ihre Dicke war so bemessen, dass marschierende Abteilungen ungefährdet passieren konnten, sowie aber das erste Lastauto oder das erste Geschütz anrollten, musste sich die Bohle durchbiegen und die Granate flog in die Luft. Zu den gehässigen Erfindungen gehörten die Zeitbomben, die man in den Kellern von unbeschädigten Gebäuden vergrub. Sie waren durch eine Metallwand in zwei Teile geteilt. Die eine Kammer war mit Sprengstoff, die mit einer Säure gefüllt. Nachdem man diese Teufelseie versteckt hatte, fraß die Säure in wochenlanger Arbeit die Metallwand durch und zündete. Eins von ihnen jagte das Rathaus von Bapum in die Luft, gerade als sich in ihm die Spitzen der Behörden zu einer Siegesfeier vereint hatten. Am 13. März verließ also die zweite die Stellung, die ich mit meinen beiden Gruppen übernahm. In der Nacht wurde ein Mann mit dem Namen Kirchhof durch Kopfschuss niedergestreckt. Merkwürdigerweise war dieses Unglücksgeschoss das Einzige, das der Gegner innerhalb mehrerer Stunden abfeuerte. Ich ordnete alles Mögliche an, um den Feind über unsere Stärke zu täuschen. Bald wurden hier, bald dort einige Schaufeln voll Erde über Deckung geworfen und unser einziges Maschinengewehr musste bald vom rechten, bald vom linken Flügel eine Reihe von Schüssen abgeben. Trotzdem klang unser Feuer recht dünn, wenn niedrig fliegende Beobachter die Stellung überkreuzten oder eine Abteilung von Schanzern das feindliche Hinterland durchquerte. Daher tauchten jede Nacht an verschiedenen Punkten vor unserem Graben Patrouillen auf, die sich am Draht zu schaffen machten. Am vorletzten Tage hätte ich beinahe ein ärgerliches Ende gefunden. Der Blindgänger einer Ballonabwehrkanone sauste aus gewaltiger Höhe herunter und explodierte auf der Schulterwehr, an die ich mich ahnungslos gelehnt hatte. Ich wurde durch den Luftdruck genau in die gegenüberliegende Öffnung eines Stollens geschleudert, wo ich mich äußerst verdutzt wiederfand. Am siebzehnten Morgens merkten wir, dass ein Angriff nahe bevorstehen musste. Im vorderen, sonst unbesetzten, stark verschlammten englischen Graben erklang das Patschen vieler Stiefel. Das Lachen und Rufen einer starken Abteilung verriet, dass diese Leute sich auch innerlich gut angefeuchtet haben mussten. Dunkle Gestalten näherten sich unserem Draht und wurden durch Schüsse vertrieben. Eine brach jammernd zusammen und blieb liegen. Ich zog meine Gruppen igelförmig um die Einmündung eines Laufgrabens zusammen und bemühte mich, das Vorgelände in dem plötzlich einsetzenden Artillerie- und Minenfeuer durch Leuchtkugeln zu erhellen. Da uns die Weißen bald ausgingen, jagten wir ein wahres Feuerwerk von Bunten in die Luft. Als um fünf Uhr die Stunde der Räumung anbrach, sprengten wir noch rasch die Unterstände mit Handgranaten auseinander, soweit wir sie nicht vorher mit teilweise genial konstruierten Höllenmaschinen versehen hatten, in die wir die Reste unserer Munition verwandelten. In den letzten Stunden hatte ich schon keine Kiste, keine Tür und keinen Wassereimer mehr berühren mögen, in der Sorge plötzlich in die Luft zu fliegen. Zur festgesetzten Zeit zogen sich die Patrouillen, zum Teil schon in Handgranatenkämpfe verwickelt, gegen die Somme zurück. Nachdem wir als die Letzten die Niederung überschritten hatten, wurden die Brücken durch Pionierkommandos in die Luft gesprengt. Auf unserer Stellung tobte noch immer das Trommelfeuer. Erst nach einigen Stunden erschienen die ersten feindlichen Streifen an der Somme. Wir zogen uns hinter die noch im Bau befindliche Siegfried-Stellung zurück. Das Bataillon bezog Quartier in dem am Kanal des Saint-Quentin gelegenen Dorfe Léocourt. Ich bewohnte mit meinem Burschen ein gemütliches Häuschen, in dem sich der Vorrat noch in Truhen und Schränken speicherte. Der treue Knigge war trotz allem Zureden nicht zu bewegen, sein Nachtlager im warmen Wohnzimmer aufzuschlagen, sondern wollte durchaus in der kalten Küche schlafen. Ein bezeichnender Zug für die unsere Niedersachsen eigene Zurückhaltung. Am ersten Ruheabend lud ich meine Freunde zu einem mit sämtlichen vom Hausbesitzer hinterlassenen Gewürzen gefeuerten Glühwein ein, denn unsere Patrouille hatte uns neben anderen Anerkennungen einen 14-tägigen Urlaub eingebracht. Im Dorfe Frenoir Der Urlaub, den ich einige Tage später antrat, wurde diesmal nicht unterbrochen. In meinem Tagebuch finde ich die kurze aber viel sagende Notiz Urlaub sehr gut verbracht, brauche mir nach meinem Tode keine Vorwürfe zu machen. Am 9. April 1917 kam ich wieder bei der zweiten an, die im Dorfe Merigny unweit Duet in den Quartieren lag. Die Wiedersehensfreude wurde von einem Alarm gestört, der mir besonders durch den Auftrag, den Gefechtstross nach Beaumont zu führen unangenehm wurde. Durch Regenschauer und Schneegestöber ritt ich an der Spitze der über die Straße schleichenden Wagenkolonne, bis wir um ein Uhr nachts unser Ziel erreicht hatten. Nachdem Mann und Pferd notdürftig untergebracht waren, ging ich auf Suche nach einem Quartier für mich, doch fand ich auch den kleinsten Platz schon besetzt. Endlich kam ein Intendanturbeamter auf den guten Gedanken, mir sein Bett anzubieten, da er am Fernsprecher wachen musste. Während ich mich mit Stiefeln und Sporen darauf warf, erzählte er mir, dass die Engländer den Bayern die Vimy-Höhe und ein großes Stück Gelände abgenommen hätten. Bei aller Gastfreundlichkeit musste ich feststellen, dass ihm die Verwandlung des stillen Etappendörfchens in einen Treffplatz der Kampftruppen äußerst unangenehm war. Am folgenden Morgen marschierte das Bataillon dem Kanonendonner entgegen bis zum Dorfe Frenoir. Dort bekam ich Befehl, eine Beobachtungsstelle zu errichten. Ich suchte mir mit einigen Leuten am Westrande des Dorfes ein Häuschen aus, durch dessen Dach ich einen zur Front gerichteten Ausflug schlagen ließ. Unsere Wohngemächer verlegten wir in den Keller, bei dessen Ausräumung uns als angenehmer Zuschuss zu unserer äußerst knappen Verpflegung ein Sack Kartoffeln in die Hände fiel. So machte mir Knigge jeden Abend Pellkartoffeln mit Salz. Auch schickte mir Gornig, der das bereits geräumte Dorf Villerval mit einer Feldwache besetzt hielt, als kameradschaftliches Geschenk aus den in der Eile zurückgelassenen Beständen eines Proviantlagers einige Flaschen Rotwein und eine große Dose Leberwurst. Ein von mir sofort mit Kinderwagen und ähnlichen Fahrzeugen ausgerüsteter Beutetrupp zur Bergung dieser Schätze musste leider unverrichteter Dinge wieder umkehren, da der Engländer den Dorfrand bereits mit dichten Schützenlinien erreicht hatte. Gornig erzählte mir später, dass sich nach Entdeckung des Rotweinlagers in dem schon unter Feuer liegenden Dorf ein unbekümmertes Zechgelage entwickelt hatte, das nur schwer wieder abzubremsen gewesen war. Wir pflegten daraufhin, in solchen Fällen Glasballons und ähnliche Gefäße mit der Pistole in zwei zu schießen. Am 14. April bekam ich den Auftrag, im Dorf einen Meldekopf einzurichten. Dafür wurden mir Meldeläufer, Radfahrer, Telefone, Lichtsignalstation und Erdtelegraf, Brieftauben und eine Leuchtpostenkette zur Verfügung gestellt. Ich suchte mir am Abend einen passenden Keller mit eingebauten Stollen aus und begab mich dann zum letzten Mal in meine alte Wohnung am Westrande. Es hatte viel Arbeit an diesem Tag gegeben und ich kehrte ermüdet zurück. In der Nacht glaubte ich einige Male ein dumpfes Krachen und knigges Geschrei zu hören war aber so schlaftrunken dass ich nur murmelte lass man schießen und mich auf die andere Seite wälzte obwohl der Staub wie in einer Kalkmühle im Raume hing Am nächsten Morgen wurde ich durch den Neffen des Obersten von Oppen den kleinen Schulz mit dem Rufe geweckt Mensch wissen sie noch gar nicht dass ihr Haus zusammengeschossen ist Als ich aufstand und mir den Schaden besah musste ich feststellen dass eine schwere Granate oben am Dach geplatzt war und sämtliche Räume nebst dem Beobachtungsstand eingerissen hatte Der Zünder hätte nur ein wenig gröber zu sein brauchen und man hätte uns mit dem Löffel abkratzen und im Koch Geschirr beerdigen müssen wie der schöne Frontausdruck lautete Schulz erzählte mir dass sein Läufer beim Anblick des zerstörten Hauses gesagt habe da hat doch gestern ein Leutnant drin gewohnt wollen doch mal sehen ob der noch ist Knigge war ganz außer sich über meinen unglaublich festen Schlaf am Vormittag siedelten wir in unseren neuen Keller über auf dem Wege dorthin hätten uns beinahe die Trümmer des einstürzenden Kirchturms erschlagen der von einem Pionierkommando ohne alle Umstände in die Luft gesprengt wurde um der feindlichen Artillerie das Einschießen zu erschweren in einem Nachbardorf hatte man sogar vergessen einen Doppelposten zu benachrichtigen der aus der Beobachtete Wunderbarerweise konnte man die Leute unverletzt aus dem Gebälk hervorziehen An diesem Vormittag flogen in der näheren Umgebung über ein Dutzend Kirchtürme in die Luft Wir richteten uns in unserem geräumigen Keller ganz leidlich ein indem wir Möbelstücke aus Schloss und Hütte zusammenschleppten wie sie uns gerade in die Hand fielen Was uns nicht behagte wurde verheizt Während dieser Tage spielte sich über uns eine Reihe erbitterter Luftkämpfe ab die fast immer mit der Niederlage der Engländer endeten da die Kampfstaffel Richthofen über der Gegend kreiste oft wurden fünf sechs Flugzeuge nacheinander auf den Boden gedrückt oder brennend abgeschossen einmal sahen wir den Insassen in weitem Bogen herausfliegen und als schwarzen Punkt von seiner Maschine getrennt zur Erde stürzen das hinaufstarren bag freilich auch seine Gefahren so wurde ein Mann der vierten Kompanie durch einen herabfallenden Splitter tödlich am Halse getroffen Am 18. April besuchte ich die zweite Kompanie in ihrer Stellung die in einem um das Dorf Arleu geschlagenen Frontbogen lag Boje erzählte mir dass er bislang nur einen einzigen Verwundeten gehabt habe da das pedantische Einschießen der Engländer jedes Mal eine Räumung der beschossenen Abschnitte gestattete Nachdem ich ihm alles Gute gewünscht hatte verließ ich der ständig einschlagenden schweren Granatenwegen das Dorf im Galopp 300 Meter hinter Arleu blieb ich stehen und betrachtete die Wolken der hochspritzenden Einschläge die je nachdem Ziegelwerk zermalmt oder Gartenerde aufgeschleudert wurde rot oder schwarz gefärbt waren vermischt mit dem zarten Weiß platzender Schrapnels als jedoch einige Gruppen leichter Granaten auf die schmalen Trampelpfade fielen die Arleu mit Frenoir verspann verzichtete ich auf weitere Eindrücke und räumte eilig das Feld um mich nicht antöten zu lassen wie der damals gerade übliche Fachausdruck der zweiten Kompanie lautete derartige derartige war das Dorf war das Dorf war das Dorf in eine gewaltige rotbraune Pekrinwolke gehüllt die sich pilzförmig ausbreitete schon die Blindgänger verursachten ein kleines Erdbeben ein Mann der neunten Kompanie auf dem Schlosshof von einem solchen Geschoss überrascht wurde hoch über die Bäume des Parkes geschleudert und brach beim Aufschlag sämtliche Knochen eines Abends strebte ich mit dem Rade von einer Höhe aus auf das Dorf zu als ich die wohlbekannte rotbraune Wolke aufsteigen sah ich stieg ab und stellte mich auf ein Feld um in Ruhe das Ende der Beschießung abzuwarten ungefähr drei Sekunden nach jedem Einschlag hörte ich den gewaltigen Krach an den sich ein vielstimmiges Pfeifen und Zwitschern schloss als ob sich ein dichter Vogelschwarm näherte dann fielen hunderte von Splittern ein und stäubten ringsumher den trockenen Ackerboden auf das Spiel wiederholte sich mehrfach und ich wartete jedes Mal mit dem Gefühl einer halb peinlichen halb prickelnden Neugier den verhältnismäßig langsamen Anflug der Splitter ab an den Nachmittagen lag das Dorf unter dem Feuer verschiedenster Kaliber trotz der Gefahr konnte ich mich schwer vom Dachfenster meines Hauses trennen denn es war ein spannender Anblick einzelne Abteilung und Meldegänger hastig und oft sich niederwerfend über das beschossene Gelände Eilen zu sehen während rechts und links von ihnen der Boden aufwirbelte indem man so dem Schicksal in die Karten spähte vergaß man leicht die eigene Sicherheit als ich nach dem Abschluss einer dieser Feuerproben denn um solche handelte es sich wohl ins Dorf ging wurde noch ein Keller eingedrückt wir bargen nur noch drei Leichen aus dem schwelenden Raum neben dem Eingang lag in zerfetzter Uniform ein Toter auf dem Bauche der Kopf war abgerissen und das Blut in eine Wasserpfütze geflossen als ein Sanitäter ihn herumdrehte um ihm die Wertsachen abzunehmen sah ich wie in einem bösen Traume das am Stumpf seines Armes nur noch der Daumen empor ragte von Tag zu Tag wurde die Artillerietätigkeit lebhafter und schloss bald jeden Zweifel an einem nahen Angriff aus am 27 bekam ich um Mitternacht den Fernspruch 67 von 5 A Punkt M Punkt was nach unserem Ziffernschlüssel von 5 Uhr Vormittags an erhöhte Alarmbereitschaft bedeutete ich legte mich also um den zu erwartenden Anstrengungen gewachsen zu sein gleich nieder doch als ich gerade am Einschlafen war schlug eine Granate ins Haus drückte die Wand der Kellertreppe ein und warf uns das Mauerwerk in den Raum wir sprangen hoch und eilten in den Stollen als wir verdrossen und müde beim Schein einer Kerze auf der Treppe hockten kam der Führer meiner Lichtsignalisten deren Station nebst zwei wertvollen Signallampen am Nachmittag zerschmettert worden war angestürmt und meldete Herr Leutnant der Keller von Haus Nummer 11 hat einen Volltreffer bekommen es liegen noch welche unter den Trümmern da ich in diesem Hause zwei Radfahrer und drei Telefonisten liegen hatte eilte ich mit einigen Leuten zu Hilfe ich fand dort im Stollen einen Gefreiten und einen Verwundeten und erhielt folgenden Bericht als die ersten Schüsse verdächtig nahe einschlugen beschlossen vier von den fünf Bewohnern sich in den Stollen zu begeben der eine sprang gleich hinunter einer blieb ruhig auf seinem Bette liegen während die übrigen erst ihre Stiefel anzogen der vorsichtigste und der gleichgültigste kam wie so oft im Kriege gut davon der eine ganz ohne Verwundung der schlafende mit einem Splitter im Oberschenkel die drei anderen wurden von der durch die Kellerwand fliegenden und in der gegenüberliegenden Ecke zerschellenden Granate zerrissen nach dieser Erzählung zündete ich mir für alle Fälle eine Zigarre an und trat in den raucherfüllten Raum in dessen Mitte sich ein wüster Haufen von Strohsäcken zerschlagenen Bettstellen und Möbelstücken fast bis zur Decke empor wölbte nachdem wir einige Lichter zwischen die Mauer Fugen gesteckt hatten machten wir uns an die traurige Arbeit wir packten die aus den Trümmern ragenden Gliedmaßen und zogen die Leichen heraus dem einen war der Kopf abgeschlagen und der Hals saß am Rumpf wie ein großer blutiger Schwamm aus dem Armstumpf des zweiten ragte der zersplitterte Knochen und die Uniform war vom Blut einer großen Brustwunde durchtränkt dem dritten quollen die Eingeweide aus dem aufgerissenen Leib als wir ihn herauszogen stemmte sich ein zersplittertes Brett mit hässlichem Geräusch in die schauerliche Wunde ein Die eine Ordnanz machte eine Bemerkung darüber und wurde von Knigge mit den Worten zur Ruhe verwiesen Swigmann Stille wie solchen Sachen hat Quasseln kein Zweck Ich nahm ein Verzeichnis der Wertsachen auf die wir bei ihnen fanden Es war ein unheimliches Geschäft Die Kerzen flackerten rötlich durch den dichten Dunst während die Männer mir Brieftaschen und silberne Gegenstände zureichten wie bei einer geheimen dunklen Tat Auf den Gesichtern der Toten hatte sich das feine gelbe Ziegelmehl niedergeschlagen und gab ihnen das starre Aussehen von Wachsmasken Wir warfen Decken über sie und eilten aus dem Keller nachdem wir unseren Verwundeten in eine Zeltbahn gepackt hatten Mit dem stoischen Rad beiß die Zähne zusammen Kamerad schleppten wir ihn durch ein wildes Schrapnellfeuer zum Sanitätsunterstand In meine Behausung zurückgekehrt brachte ich mich zunächst durch Cherry Brandy ins Gleichgewicht Bald bekamen wir wieder schärferes Feuer und versammelten uns eilig im Stollen da uns allen das eben geschaute Beispiel von Artilleriewirkung in Kellern noch deutlich vor Augen stand Um 5 14 schwoll das Feuer in wenigen Sekunden zu unerhörter Stärke an Unser Nachrichtendienst hatte die Ereignisse also gut vorausgesehen Der Stollen wankte und zitterte wie ein Schiff auf stürmischer See Ringsum erdröhnte das Bersten von Mauerwerk und das Krachen der benachbarten Häuser die unter den Treffern einstürzten Um 7 Uhr fing ich einen Lichtspruch der Brigade an das zweite Bataillon auf Brigade will sofort Klarheit über die Lage Nach einer Stunde brachte mir ein tödlich erschöpfter Meldeläufer die Nachricht zurück Feind besetzte Arleu Park von Arleu setzte 8. Kompanie zum Gegenstoß an Bislang keine Nachricht Rochol Hauptmann Dies war die einzige allerdings sehr wichtige Nachricht die ich mit meinem großen Apparat während der drei Wochen meines Aufenthaltes in Frenoir weitergab Jetzt, wo meine Tätigkeit von höchstem Wert war, hatte mir die Artillerie fast alle Anlagen außer Gefecht gesetzt. Ich selbst saß unter der Feuer Glocke wie eine gefangene Maus. Der Bau dieser Meldestelle war also unzweckmäßig, sie war überzentralisiert. Mir wurde durch diese überraschende Aufklärung verständlich, warum schon seit einiger Zeit aus ziemlicher Nähe abgefeuerte Infanterie Geschosse gegen die Mauern klapperten. Kaum waren wir uns über die großen Verluste des Regiments im Klaren, als die Beschießung mit erneuter Wucht einsetzte. Knigge stand als letzter noch auf der obersten Stollenstufe, als ein Donnerkrach ankündete, dass es dem Engländer endlich gelungen war, unseren Keller einzuschießen. Der biedere Knigge bekam einen derben Kantstein auf den Buckel, nahm aber sonst keinen Schaden. Oben war alles kurz und klein. Das Tageslicht blickte nur noch durch zwei in den Stolleneingang gepresste Fahrräder zu uns hinab. Wir zogen uns ziemlich kleinlaut auf die unterste Stufe zurück, während fortwährend dumpfe Erschütterungen und Steingepolter uns von der Unsicherheit unserer Zuflucht überzeugten. Wie durch ein Wunder hatte der Fernsprecher noch Strom. Ich stellte dem Chef des Divisions-Meldewesens unsere Lage vor und bekam Befehl, mich mit der Mannschaft in den naheliegenden Sanitätsstollen zurückzuziehen. Wir packten also das Unentbehrliche zusammen und schickten uns an, den Stollen durch den zweiten, noch erhaltenen Ausgang zu verlassen. Obwohl ich an Befehlen und Drohungen nicht sparte, zögerten die wenig kriegserfahrenen Leute der Fernsprechkompanie so lange, sich aus dem Schutz des Stollens ins Feuer zu begeben, bis auch dieser Eingang von einer schweren Granate zermalmt, krachend zusammenbrach. Zum Glück wurde niemand getroffen, nur unser kleiner Hund heulte jämmerlich auf und war von diesem Augenblick an verschwunden. Wir rissen nun die den Ausgang zum Keller versperrenden Fahrräder zur Seite, krochen auf allen Vieren über den Trümmerhaufen hinweg und gewannen durch eine Mauerspalte das Freie. Ohne uns mit der Betrachtung der unglaublichen Verwandlung des Ortes aufzuhalten, rannten wir dem Dorfausgang zu. Kaum hatte der Letzte das Hoftor verlassen, als das Haus, durch einen mächtigen Einschlag getroffen, den Gnadenstoß bekam. Auf dem Gelände zwischen dem Dorfrand und dem Sanitätsstollen lag ein geschlossener Feuerriegel. Leichte und schwere Granaten mit Aufschlag, Brenn- und Verzögerungszündern, Blindgänger, Hohlbläser und Schrapnels vereinten sich zu einer Augen- und Ohren verwirrenden Raserei. Dazwischen strebten rechts und links dem Hexenkessel des Dorfes ausweichend Unterstützungstrupps nach vorn. In Frenoir löste eine Kirchturmhohe Erdsäule die andere ab. Jede Sekunde schien die Vorhergehende noch übertrumpfen zu wollen. Wie durch Zaubermacht wurde ein Haus nach dem anderen vom Erdboden eingesogen. Mauern brachen, Giebel stürzten und kahle Sparrengerüste wurden durch die Luft geschleudert, die benachbarten Dächer abmähend. Über weißlichen Dampfschwaden tanzten Wolken von Splittern. Auge und Ohr hingen wie gebannt an dieser wirbelnden Vernichtung. Im Sanitätsstollen verbrachten wir noch zwei Tage in qualvoller Enge, denn außer von meinen Leuten wurde er noch von zwei Bataillonsstäben, Ablösungskommandos und den unvermeidlichen Versprengten bevölkert. Der starke Verkehr an den Eingängen, von denen es wie vor den Fluglöchern eines Bienenkorbes wimmelte, blieb natürlich nicht unbemerkt. Bald saßen in Abständen von einer Minute scharf gezielte Granaten auf dem vorüberführenden Feldweg und streckten zahlreiche Opfer nieder, sodass das Rufen nach Sanitätern kein Ende nahm. Ich büßte durch die unangenehme Schießerei vier Fahrräder ein, die wir neben den Stolleneingang gelegt hatten. Sie wurden zu seltsamen Gebilden verbogen, in alle Winde geschleudert. Vor dem Eingang lag steif und stumm in eine Zeltbahn gerollt, die große Hornbrille noch im Gesicht der Führer der achten Kompanie, Leutnant Lemier, den seine Leute hierher getragen hatten. Er hatte einen Schuss in den Mund bekommen, sein jüngerer Bruder fiel einige Monate später durch genau dieselbe Verletzung. Am 30. April übernahm ein Nachfolger vom ablösenden Regiment 25 den Dienst und wir rückten nach Flair, dem Sammelort des ersten Bataillons. Das Kalkwerk Chebenton mit seinen schweren Einschlägen links liegen lassend, schlenderten wir seelenvergnügt durch den warmen Nachmittag über den Feldweg nach Beaumont. Die Augen genossen wieder die Schönheit der Erde, froh, der unerträglichen Enge des Stollenloches entronnen zu sein und die Lunge berauschte sich an der milden Frühlingsluft. Den Kanonendonner im Rücken durften wir sagen, ein Tag von Gott, dem hohen Herrn der Welt, gemacht zu süß am Ding als sich zu schlagen. In Flair fand ich das mir zugewiesene Quartier von einigen Feldwebeln der Etappe besetzt, die sich unter dem Vorwande das Zimmer für einen Freiherrn von X bewachen zu müssen, weigerten Platz zu machen, jedoch nicht mit der üblen Laune eines ermüdeten und gereizten Frontsoldaten rechneten. Ich ließ von meinen Begleitern kurzerhand die Tür einschlagen und nach einem kleinen Handgemenge vor den Augen der erschreckt im Nachtgewand herbeigeeilten Hausbewohner flogen die Herren die Treppe hinunter. Knigge trieb die Höflichkeit sogar so weit, ihnen ihre langen Stiefel nachzuschleudern. Nach diesem Angriffsgefecht bestieg ich das angewärmte Bett, dessen Hälfte ich noch meinem ohne Quartier umherirrenden Freunde Kios anbot. Der Schlaf in diesem lang entbehrten Möbel tat uns so wohl, dass wir am nächsten Morgen in alter Frische erwachten. Da das erste Bataillon während der verflossenen Kampftage nur wenig gelitten hatte, war die Stimmung recht heiter, als wir zum Bahnhof Douai marschierten. Unser Ziel war das Dorf Serrain, wo wir uns einige Tage erholen sollten. Wir fanden bei der freundlichen Bevölkerung gute Unterkunft und schon am ersten Abend drang aus vielen Häusern der fröhliche Lärm kameradschaftlicher Wiedersehensfeiern. Dieses Trankopfer nach glücklich bestandener Schlacht zählt zu den schönsten Erinnerungen alter Krieger. Und wenn zehn vom Dutzend gefallen waren, die letzten zwei trafen sich mit Sicherheit am ersten Ruheabend beim Becher, brachten den toten Kameraden ein stilles Glas und besprachen scherzend die gemeinsamen Erlebnisse. In diesen Männern war ein Element lebendig, das die Wüstheit des Krieges unterstrich und doch vergeistigte. Die sachliche Freude an der Gefahr, der ritterliche Drang zum Bestehen eines Kampfes. Im Laufe von vier Jahren schmolzt das Feuer ein immer reineres, ein immer kühneres Kriegertum heraus. Am nächsten Morgen erschien Knigge und las mir Befehle vor, aus denen mir gegen Mittag klar wurde, dass ich die Führung der Vierten Kompanie übernehmen sollte. In ihr war im Herbst 1914 der niedersächsische Dichter Hermann Löns für Reims als Kriegsfreiwilliger gefallen, fast 50 Jahre alt.